Bewegt Bild Banausen Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt Hallo Ja, oder so What the fuck, Alter Was denn? Professionell eingestiegen? Ja, ja Lustig Das ist super lustig Gut gelaunt Da sind die Leute zu Hause, die sind ungefallen, Alter Die sind hooked, ja Die wollen jetzt wissen, wie es weitergeht, nach dem Einstieg Komm, mach deinen seriösen Text Mach deinen seriösen Text, los, do it Ich finde es nur so abgefahren, dass du das knallend lustig findest Ähm, falls ihr das auch lustig findet, der eine oder andere da draußen Schreibt es in die Kommentare Unbedingt Hallo Ich finde es, glaube ich, lustiger, wenn ich es mehrmals mache Ja, wahrscheinlich Ja, du darfst mir doch nicht sagen, was du nicht lustig findest Weil es ist doch die Vorlage überhaupt Das ist doch der Volley, Alter Da reite ich doch dann wochenlang drauf rum Bis du es lustig findest Bist du es lustig findest Ist das schon mal passiert, ja? Oder ist es misslingt Dass ich irgendwas nicht lustig fand Oder hast du mich einfach so lange damit genervt, bis ich es irgendwann lustig fand? Ja Nämlich Aber dann habe ich auch wieder die Grenze überschritten Die Alpakas hast du am Anfang nicht verstanden, als ich das Sample wollte Dann hast du gesagt, wozu braucht man denn Sample über Alpakas Dann, als ich das Sample random benutzt habe Fandest du es eine Zeit lang doch ganz lustig Und dann bist du ausgerastet, weil ich es zu oft gedrückt habe Naja, aber ich glaube, das ist eins von den Dingern Das war der Werdegang Ja, Plakas Samples Wo ich mich einfach drüber freue, weil du dich so drüber freust Ach so biegst du das jetzt hin Naja Naja, dann, wenn ich mich selbst lustig finde, dann freust du dich wenigst darüber Das ist ja auch schon was wert Ja Auf jeden Fall Ja Sieht halt gerne, wie Menschen Freude haben Wo bin ich hier? Was? Wo bin ich hier? Ich bin beim Formatieren Oh mein Gott Ach so, da muss ich hin Ja, sorry, ich bin neu hier Ja Alles neu Alles neu Ja, wir hatten ja auch, wir hatten Sommerpause, wie ihr wisst Ja, man muss hier erstmal ein bisschen, man muss sich noch ein bisschen reingrooven Ach, den willst du jetzt immer noch spielen, ja? Ja, den spiele ich noch ein paar Wochen Noch ein paar Wochen Da geht noch ein bisschen was Da geht noch was, den schlachten wir aus, okay Nö, ich hab ja gesagt, jetzt habt ihr fünf Jahre halbwegs anspruchsvoll das Ding geboten bekommen Und professionell, ja Ja, ja, jetzt können wir hohl drehen Jetzt drehen wir hohl, ja Komm zu spät, bring gar nicht Ja Machen Sommerpause drei Wochen später Scheißegal, nochmal Eben Und so weiter und so fort, ja Ja, das stimmt Wir haben auch keinen Anspruch mehr, dass das unterhaltsam ist Ich muss seit der Sommerpause haben wir gar keine Gäste gehabt Das klingt so, als wenn die gar keinen Bock mehr haben auf uns Weil wir jetzt so unprofessionell sind, ja? Was, seit der Sommerpause hat man keinen Gäste? Ach stimmt, Moritz war hier, ja Du bist ja der Ja, Moritz war hier, stimmt Ja, ja, und wir werden auch bald wieder andere Gäste haben, natürlich Ich meine nur, man könnte meinen, dass die Gäste sagen Nee, die sind nicht mehr so professionell wie früher Ja, dann steigen wir gleich mit Moritz Mohr ein, Alter Also das widerspricht dem ganzen Jahr Gute Vorlage, ja Ja Gute Vorlage, stimmt Ja, heute wieder wir beide Nachdem es in der letzten Episode Du und Dennis waren, richtig? Nein Andersrum, die kommen Das folgt Das folgt Am Freitag Siehste Gut, dass wir es aufgeschrieben haben Ich sag doch, wir kommen durcheinander in der Archonologie Lass mich immer aus, wenn ich sage, wir kommen durcheinander Nur weil ich die Folge falsch Nee, natürlich Vom Episodentitel falsch Und jetzt, siehst du, laut deiner Meinung ist die schon gesendet worden Ja, ich appelliere da ja immer wieder an ein bisschen Struktur Aber das ist halt alleine auch schwer zu bewerkstelligen Deswegen, ja Wie möchte Struktur? Nee, weil, da haben wir ja das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt Dass wir jetzt halt durch das Vorproduzieren und so Ist das mit der Reihenfolge, wann, wie, wo, was, ein bisschen tricky geworden Ja, aber ich meinte ja zu dir, das pendelt sich ein Das ist ja jetzt komplett neu, dieser Rhythmus Das stimmt, ja Und dieses System Insofern, glaube ich, dass wir das schon hinkriegen Wir haben ja auch nur eine Episode im September gehabt Mit dieser Kombo Da hast du nämlich mit Dave aufgenommen Und da habe ich ja gesagt Naja, ich bin pokern in Tschechien Insofern bin ich das letzte Drittel vom September eh nicht da Also mach du doch mit Dave eine Episode Und dann habe ich natürlich im Wechsel mit Dennis eine Episode gemacht Für September Und da ist es uns eingefallen Okay, die andere Kombo wäre es dann wieder du und Dave Der eigentlich schon war für September Also seid ihr nochmal dran im Oktober Und dann sind wir im lustigen Wechselmodus dran Ab November Ja, genau Machen wir dann wechselnde Partner Das ist so Also heute, heute wir bei nächstes Mal du und Dennis Ja Aber wie gesagt Ich bin ja vielleicht auch nur deswegen so hängen geblieben Weil ich jetzt wirklich Also ich habe lange gebraucht, um die Episode komplett durchzuhören Welche? Von Dennis und mir? Ja Warum? Weil ich immer wieder eingeschlafen bin, Alter Alter, was? Warum? Ich habe original vier Anläufe gebraucht So, ich wollte das halt wie sonst machen Dass ich mir irgendwie so abends Dann nochmal zum Kontrollhören Irgendwie einen großen Teil der Episode anhöre Und ich bin immer in Rekordzeit eingepennt, Alter Und konnte dann halt auch nur sehr schwer rekonstruieren Wo ich da aufgehört habe Jetzt kommt die spannende Frage Bist du bei Dennis eingeschlafen oder bei mir? Sowohl als auch Sowohl als auch Ihr seid schon eine deadly Combination Wenn es um Einschläfern geht Was? Also, Alter Was ist jetzt los, ey? Naja, es war eine Herausforderung Also, ich habe, wie gesagt Ich habe vier Anläufe gebraucht Aber jetzt habe ich es geschafft Vielleicht warst du doch einfach nur müde, ey Naja, aber das bin ich ja dann sonst auch Wenn ich die anderen Episoden höre Und da war es halt auffällig Dann will ich mir öfter mal auf jeden Fall einstritten Hallo Naja, oder vielleicht Ihr macht das so wie Als ihr da in Bayern auf dem Festival wart Dann vielleicht zwischendurch Oder währenddessen irgendwie viel Bier reinlernen Dass das ein bisschen Dynamik bekommt, das Ganze Du findest, dass wir nicht Dynamik hatten Keine Dynamik hatten Was ist denn jetzt los, Alter? Das ist nämlich hier in unserem eigenen Podcast, Alter Eine sehr einschläfernde Dynamik Ich sag doch nur Es soll jetzt keine Triggerwarnung werden Aber ich beschreibe gerade meine persönliche Erfahrung Du weißt schon, dass du gerade unsere Streepsköpfst für Freitag Nee, warum? Da hört doch keiner mehr rein, Alter Da sind die Leute erst recht neu gesehen Man, da hört doch keiner mehr rein Warum? Jetzt kommen vielleicht auch so diese ASMR-Fans Oder was es da noch so gibt Achso, also ASMR-Fans sollten da mal reinhören Oder Leute, die Einschlafprobleme halten Die können gerne Freitag in den Podcast reinhören Für Fans von, ja, genau What the fuck, Alter Ja Es ging zumindest mir so We've got to stop it before it gets worse So nämlich Unfassbar Entschuldige, ich hab halt diverse Anläufe gebraucht Ich persönlich für meinen Teil Du warst schwer unterhalten Nee, ich weiß es zu schätzen und so weiter Wenn du mich hier disst und wenn du mich hier korrigierst Nachdem ich die Folge mit dir und Dave gehört habe Und gehört habe, wie oft du ihn korrigierst Letztendlich alle fünf Minuten Da dachte ich, Alter, da komm ich ja noch richtig gut weg Und bei ihm Schnitt, ey, der wird ja Du meinst, weil er da permanent gespoilert hat, oder was? Nee, nee, weil er immer irgendwie, keine Ahnung Weil er irgendeinen Titel falsch ausspricht Oder ein Schauspieler halt falsch Und du dann immer Gary Oldman und so Und dann, keine Ahnung Und der Schauspiel heißt so und so Und klar Ja, ich glaube, das Wort, das du suchst, heißt Parodontose und so Und dann dachte ich so, okay Beim dritten Mal, vierten Mal dachte ich so Cool Ich bin gar nicht derjenige, den haben wir erst korrigiert Vielleicht ist es das auch, was Was ich einschläfernd finde, wenn vielleicht zu lange einer am Stück spricht Weißt du? Dass das dadurch irgendwie, dass für mich halt die Dynamik ausmacht Dass man dann öfter mal im Wechsel auch spricht Sollte ich Dennis mehr ins Wort fallen, oder was? Ja, du machst das ja hin und wieder Das hat schon stattgefunden Er macht das nicht Nee, Dennis ist da super anständig Dennis, du musst mir mehr ins Wort fallen, Joga Das ist jetzt der Plan Genau Du musst mich einfach unterbrechen, random Scheißegal Einfach reinhacken, komplett Immer so die Blutgrätsche Ja genau, muss auch nicht Sinn ergeben Einfach irgendwie Nee, tut es ja bei uns auch in den seltensten Fällen Ja, deinerseits kann ich das auf jeden Fall unterschreiben Ah ja, stimmt Du haust natürlich nur sinnvolles Zeug raus Aber sag mal, eine Zwischenfrage War die Wand rot? Ja Das ist eine Lieblingsfrage Siehst du, aber offenbar sorgen Zumindest in meiner Wahrnehmung Zwischenfragen Nicht nur, dass es aktives Zuhören Die Leute schlafen nicht ein Es sorgt halt auch für eine gewisse Dynamik Ja, ja, ich mach da einen Kurs noch bei dir Wie man die Leute wach hält Oder er nennt so Perhaps we could skip ahead and just hit the highlights Oder so Eine Schnellfassung Ja, genau Demnächst die 5 Minuten Podcast Das ist ja deine Aufgabe Vielleicht mal Wenn ich und Wenn Dennis und ich mal wieder aufnehmen sollten Dann schneidest du einfach 10 Minuten die Highlights runter Dann haben wir da vielleicht für die Für die Ungeduldigen Geile Aufgabe, ja Haben wir da vielleicht zum Best auf Machst du das dann einfach Ja Der müsste mir halt schon vorher die Timecodes schicken Ja, komm ein Dann penne ich ja währenddessen Beim Bearbeiten Oh Mann, ey Mach doch mich hier fertig, bevor ich hier anfange I wanna go home and lay down Ich glaub's nicht, Alter Wie heißt das noch, diese Schlafkrankheit? Narkolepsie Narkolepsie Narkolepsie, ja genau das ist es Da schläfst du auf jeden Fall sehr lange Krasser Typ Stimmt, Narkolepsie Ja, da gibt's Leute, die dann irgendwie halt In ihrer Suppe ertrinken, ne Weil sie beim Essen einpennen Ja, tatsächlich Boah, hart, ey Ne, also so schlimm war's natürlich nicht Ich fand's ja auch inhaltlich tatsächlich nicht uninteressant Auch wieder sehr diplomatisch formuliert Nicht uninteressant Deine Freundin ist auf jeden Fall Nicht unattraktiv Ja So formulier ich das Okay Ohne ihm zu sagen, dass er Ne sehr dicke Freundin hat Nein, kein Bodyshaming hier bei dem Bewegungsverdruckhausen Ich wollte doch einfach nur zum Ausdruck bringen Dass ich dem Inhalt gerne gefolgt wäre Okay Wir können die beiden noch rausschmeißen Also wir müssen kaum noch nicht durchziehen Das ist alles noch in den Nein, Mann, die sollen sich jetzt auch nicht gedisst fühlen Ich bin mir auch sicher, dass das viele total gut finden Das ist halt mein Problem Aber ich bin ja auch eh nicht so der klassische Podcast-Hörer Vielleicht liegt's daran Also, wenn ich und Dennis einen Podcast hätten Oder Dennis und ich natürlich Obwohl, ne, ich und Dennis, weil der Esel lernt sich immer zuerst Würdest du ihn nicht hören Ey, worum soll's denn da gehen? Na, um Filme Achso Wenn wir jetzt die Bewegung übernhausen wären Ja, guck mal, ich hör ja wirklich jetzt Fast ausschließlich, ja, hier Filme Und das auch nicht super regelmäßig So, wenn überhaupt Aber die sind nicht einschläfernd Ne, da ist er Ich find, das ist meistens recht dynamisch Was die machen Ja, müssen wir uns einen von denen nochmal ranholen Ja, genau Na, ich mein, das gibt wahrscheinlich auch schon So diese Dreierkonstellation zwangsläufig her, oder? Ja, das stimmt, ja Ist ja auch immer mehr Bambule Also wenn wir jetzt hier zu viert was machen Dann ist tendenziell ja auch Weniger Stille als sonst Ja, haben wir uns aber auch Offengehalten, dass wir durchaus mal Eine Freitagsepisode In unserer Kombo Auch mal vielleicht mit einem Gast machen können Das ist ja Unbedingt Das ist ja auch drin Vielleicht können Dennis und ich ja hier Unsere bayerischen Gäste Vom Hardline-Festival mal ranholen Oder einen von den Karne oder so mit Karne zusammen machen Stimmt, ja Weil die wollten wir auch mal holen Und du kennst den ja nicht Insofern Könntest du ihn ja zumindest passiv kennenlernen Indem wir und Dennis mit dem mal ein bisschen Bambule machen Ich und Dennis Dennis und ich Ja, was jetzt Na Dennis und ich halt mit ihm so Dass wir ihn mal ranholen Für so eine Zwei-Episode freitags oder so Aber gucken wir mal Oder Du stürzt dich gleich ins kalte Wasser Schauen wir mal Aber Ja, also ich hätte da jetzt wenig Berührungsängste Ja, das ist mir klar Ich habe eher so die Angst, dass wir den dann untertiteln müssen Also, dass wir da Dann alles ausführlich ausschreiben müssen Weil man das unter Umständen nicht versteht, was der sagt Achso, das meinst du Weißt du, hier mit zum Hardcore-Bayerisch Ach, der Geschichte mit so versteht das Ja Die Fans von Xaver und sein außerirdischer Freund Die verstehen auf jeden Fall den Mensch, das wäre eine gelungene Überleitung Wenn wir nicht noch andere Dinge vorhätten Das stimmt, es wäre eine Aber wie so oft lassen wir die Überleitung einfach liegen Wobei, wer weiß Also Haben wir gerade schon wieder gesagt Ist ja jetzt alles möglich Wir könnten ja Solche Dinge auch später machen Stimmt, wir sind ja nicht mehr strukturiert Habe ich vergessen Das ist Völlig Anarchie Ist ja auch Anarchie Weil das ist glaube ich Das allererste Mal In unserer strukturierten In unseren strukturierten Abläufen Dass wir in der letzten Episode des Monats Keine Lose gezogen haben Ja Und alleine schon deswegen Ist das hier neu Weil wir haben nämlich schon Oktober Ich muss ja kurz verlegen Siehst du, dir geht's genauso Und wir ziehen im Oktober Lose Das ist schon ungewöhnlich Aber Mir fällt auch ein Das ist die erste Episode Wo wieder das interaktive Punkte raten greift Also Trainingszeit ist vorbei Stimmt auch das Die Leute dürfen wieder raten Siehst du Und da bin ich mir jetzt nämlich fast sicher Den Teil habe ich mitbekommen Dass du nämlich dann in der nächsten Episode ankündigst Dass das jetzt das erste Mal stattfindet Das stimmt, ja Das ist auch eins der Fauxpas Siehste Ja, aber zumindest wollen wir Die beiden Lose Die euch für Oktober zustehen Noch nachholen Also ziehen wir da noch zwei aus dem Lostopf Wir haben natürlich immer noch hier unsere Unsere Zehner Lose Haben wir auch noch am Start Die wir abarbeiten Aber hier gibt es erstmal Zwei frische Löschen aus dem Topf Und die große Frage ist Wer zieht für wen? Das habe ich das letzte Mal entschieden Ja Deswegen darfst du das jetzt entscheiden Ah, ich würde mal sagen Wir nehmen das Schicksal mal diesmal selber in die Hand Ah, jetzt hast du mich gerade auf was gebracht Ich habe ja meinen Losfilm noch gar nicht Darauf warten wir immer noch Für September, ne? Den habe ich noch gar nicht rezensiert Ja Ach scheiße Soll ich den dann einfach heute extra bringen? Ach, du hast ihn schon gesehen? Ja, ja Wenn du magst, kannst du den extra bringen Wenn du jetzt noch einen Zusatzstoff hast Naja, oder ich bringe ihn in der nächsten Episode Also gesehen habe ich ihn schon Aber für heute hatte ich mir andere Dinge vorgenommen Heute hast du ja also Ist das ein Themenamt? Oder warum sprengt das alles? Das sprengt gar nichts Ich könnte natürlich umdisponieren Ja, wenn du umdisponierst Hättest du den natürlich schon früher abgehakt Okay Ja, kann ich machen Aber Darfst du entscheiden Also Wir sind in der Phase Wir sind in der zweiten Schafensheft der Banausen Also theoretisch kannst du Wenn es nach mir geht Kannst du die noch im Dezember bringen Ist easy Im September Losfilm Ja So, wie ist denn das jetzt? Was ziehe ich mir jetzt? Ich ziehe für dich Ich ziehe für mich Ich habe einen für mich gezogen Du hast einen für dich gezogen Spannend Spannend Oh Im Oktober wird Snake glücklich gestellt Schöne Grüße Unser Stammhörer Snake Im Januar 24 Am Anfang des Jahres reingeworfen Gute Frage Interessiert es euch eigentlich Wann die Lose reingeworfen sind? Wir hatten hier vor der Diskussion Dass die sagt Da kriegt kein Hahn danach Das interessiert nur uns beiden Findet ihr das interessant Dass wir das Datum dazu nennen Wie lange die Lose dem Topf schlimmern Und dann sagt der Ist doch scheißegal Ist doch scheißegal Ich darf mir angucken Gib mal Oh nice Sehr gut Ist auch keine Erstsichtung Ne, das ist ein Rewatch Und Sehr cool Dann würde ich unter Umständen Auch nochmal gucken Soll ich dir Bescheid sagen? Vielleicht ja Ja, mach das mal Vielleicht sage ich dir Bescheid Ne, ne, mach das mal Okay Was hast du? Ich habe mal wieder Ein Lose von Kitty gezogen Kitty? Oh ja Naja Dieses Jahr reingeschissen Reingeschissen vor allem Naja Diesmal ein Lose reingeschissen Das muss ein ziemlich Beschissener Film sein Wenn du es so formulierst Ich weiß gar nicht Was das für ein Film ist Aus letztem Jahr 2023 Robots Robots Ah, okay Wo weiß ich das? Das weiß ich auch nicht Aber sie hat betont Dass es nicht der Animationsfilm Robots ist Das weiß ich noch Ne, der ist ja deutlich älter Ja, der ist deutlich älter Ja, den kenne ich auch Achso Aber das klingt Finde ich schon mal gut Könnte ja Sci-Fi sein Ja, könnte sein Neulich Megamind Jetzt wieder Robots Hier für Kitty Kitty hat Lauf Sag ich ja Cool Voll gut Ja, Snake und Kitty Ihr kommt im Oktober zum Zuf Kitty und Snake Klingt sehr viel besser, finde ich Ach ja, Ladies First und so Das sowieso, aber jetzt auch in diesem Fall, finde ich Kitty und Snake klingt wie so eine Cartoon-Serie Ja, eben Kitty und Snake klingt wie so ein Superheldenpaar Ja, das klingt wirklich wie ein Film Witzig Würde mich nicht wundern, dass irgendwann Und dass man bei Letterboxd Film findet, der Kitty und Snake heißt Sehr schön Wenn nicht, mach den mal Das klingt gut Das klingt gut Ich würde es mir angucken Ja, und wenn ihr da draußen wissen wollt, wie man denn hier, wie man überhaupt in den Lostopf reinkommt, dann klickt doch auf den Link in der Bio und da kommt ihr zu Patreon und zu Steady und da gibt es verschiedene Pakete, die ihr abschließen könnt, wo ihr die In dem kleinsten Paket habt ihr Tabelleneinsicht, wann was besprochen worden ist In dem dritten Paket gibt es Sonderepisoden, die wir jeden Sonntag exklusiv bei Patreon und Steady hochladen Und in dem großen Paket gibt es Auftragsfilme Yes Und wenn einer ganz gewitzt ist wie der Mr. Yoshimitsu, dann wertet er sein Paket ab und zu mit einer zusätzlichen PayPal-Zahlung auch mal auf und sagt so, diesen Monat will ich mal einen Auftragsfilm reinschmeißen, auch wenn ich nur losmacht habe Flankt uns da ein bisschen mehr rüber und kriegt deswegen auch mal zwischendurch einen Auftragsfilm, so wie diesen Monat Der Meister der Übergänge Koi gleich, okay Ja, sehr koi, das hast du gut gemacht Oh hier, Kompliment von Lee, nicht schlecht Merkst du Das ist was wert, ja Das ist wie in Ordnung Ja, geh los Ja, grüße an Mr. Yoshimitsu und der hat seinen Losfilm aufgewertet Das hab ich mir fast gedacht, dass das von ihm kam Das, ja, das war sein Film Das Werk Ist ja auch, mir fiel doch zum ersten Mal auf, dass wir Mr. Yoshimitsu ja Yoshi abkürzen können Ist ja eigentlich Yoshi Ja, könnten wir Was ja, urbayerischer Name ist, Mr. Yoshi Mr. Yoshi, ja, der Schreiner aus dem Dorf Geh mal zu ihm, wenn du einen Tisch machen willst Yoshi ist ein urbayerischer Name Findest du nicht? Ich denke da an Mario Kart Ja, den gibt's auch, den Yoshi Aber Yoshi, der Yoshi halt Es gibt in Bayern Yoshi, das glaub ich mir Wirklich? Ja, hundertprozentig gibt es der Yoshi Was ist das eigentlich? Wahrscheinlich Joschka oder so Joschka, okay Oder wo steht Yoshi? Ja, das könnte gut sein Ich kann mir vorstellen, dass Yoshi wahrscheinlich so Dass Josef zum Beispiel auch Yoshi abgenutzt wird Nee, das ist Sepp Seppi Ach, das ist Sepp Ja, klär uns auf hier Unser bayerischer Unsere bayerische Vertretung In diesem Bundesland Ja Ist halt nicht der einzige Ja, wir haben ja noch Nee, stimmt, da gibt's ein paar Wir haben noch andere Jürgen ist, glaub ich, auch ein Bayer Aber Yoshi Mitze ist auf jeden Fall der, der hier schon am längsten auf dem Plan steht Oh ja, den gibt's schon lange Das ist schon lange ein treuer Hörer Sehr Und jetzt eben auch schon eine ganze Weile Supporter Ja, und Dennis und ich hatten ja die Ehre Nee, ich und Dennis hatten ja die Ehre, ihn kennenzulernen Das ist auch so ein Running Gag heute, oder? Ja, beim Hardline Festival durften wir ein Bierchen mit ihm trinken War ganz ehrfürchtig, der Yoshi Ah ja? Ja, ja Und dann kommt er mit so einem Film an Also beim Gucken Wie so ein Film Ich hab mich so krass gefragt, wie du das findest Ja, wir müssen ja raten vorher Ja, ja Das könnte spannend werden Mhm, mhm, mhm Ich hab mir für dich Ich fang jetzt mal ganz großzügig an hier Ich hab mir für dich vier Punkte notiert Weil ich mir dann doch einbilde Dass da so das eine oder andere Element dabei ist Was du ganz gut findest Also zum einen hast du ja irgendein Gen für Filme aus der Zeit Würde ich mir jetzt auch mal unterstellen Aber du bist ja auch jemand Du nimmst das nicht so streng mit Themen Die heute unter Umständen anders gemacht würden Heißer Tipp Ja, weiß nicht Ob man in Bayern diesen Film jetzt heute anders gedreht hätte Da ist die Zeit ein bisschen stehgeliebt Meinst du, ja Ich komm ja gerade frisch aus Bayern Ja, wir haben ja, diesmal haben wir ja Zum Pokern haben wir uns nicht im Hotel angenistet Sondern zum ersten Mal haben wir so ein Ferienhaus gemietet Was halt 20 Kilometer entfernt ist Und du da so einen Waldweg noch irgendwie langfahren musst Und neben uns war schön ein Häuschen mit einer Reichsflagge dran Wo so ein Reichsadler drauf stand So von wegen so Und hier deutsches Vaterland da drunter Nicht im Ernst Wirklich, im Garten hier, 20 Meter weiter Da dachte ich so Okay, wir kommen in Bayern Boah, Alter Guck, ich hab die Hütte erstmal angezündet Und wir schön Wir schön Ein Araber, ein Österreicher Und ein Ah ne, Jan ist deutscher Ja, gut Ein Araber zumindest im Gepäck Okay Als der richtig wohl gefühlt hat Als er da vorbeigefahren ist Boah, das ist ja hart Ja Wie, und was Der Kastanienhof Dem bist du untreu geworden Oder was? Ne, am letzten Tag Also weil wir haben nur bis Mittwoch gebucht Wann aber bis Donnerstag da Da haben wir am letzten Tag Haben wir den auf dem Kastanienhof eingecheckt Ach, okay Immerhin Aber das Ferienhaus ist schon Ist schon noch eine andere Nummer Weil jeder hat sein eigenes Zimmer Du hast dich diese lauten Diese lauten Putzfrauen Die da immer Morgens um neun Uhr Da durch Durchpoltern Das nervt mich an Hotels immer Also war besser, ja War schon auf jeden Fall besser Hast dein eigenes Reich Haben einen Kühlschrank Haben eine Küche Die komplett irgendwie Mega ausgestattet Alles was du brauchst Irgendwie zum Kochen Oder zum Zubereiten Hatten die am Start Ganz liebenswürdige Familie Draußen Tischtennisplatte War so Das war so geil Weil das Foto sah aus Als wäre das so an einem See Das war aber kein See Sondern das war so eine Kläranlage Die halt irgendwie so Wasserfiltert Und wo aber auch so zwei Schafe Lustigerweise rumlaufen So um diese Seen und so Die haben da gelebt Und wurden da gefüttert Und in dem einen von den Tümpeln Waren auch so Fische drin Wirkte alles sehr idyllisch, ja? Ja, ja, wirkte alles idyllisch Also du hast wirklich Die komplette Nacht Hast du so ein Wasserrauschen gehört Wie in so einem Als wenn es regnen würde Die ganze Nacht Muss man sich erstmal dran gewöhnen Aber natürlich, ja Eigenes Reich und so Jeder Zimmer Hatte Fernseher alles Und Habt ihr von den Nachbarn Was mitbekommen? Ne Habt da keinen gesehen von Aber halt immer Wenn wir rausgefahren sind Praktisch so Auf die Autobahn Na ja Mussten wir dann An diesem Haus zwangs glaube ich Vorwärts Also richtig Schon ein bisschen gruselig Bisschen ist gut Dass da so eine Fahne In so einem kleinen Also in so einem Garten da Oh Alter Hängt Ja, insofern Das darauf wollte ich hinaus Also Bayern ist schon In einiger Hinsicht Ein bisschen hängen geblieben Ist halt der Freistaat Ist halt sehr konservativ Und spießig Nicht jeder Aber Grundsätzlich ist das Wahrscheinlich Das Bundesland Wo es noch ein bisschen So zugeht wie früher Ja und ausgerechnet Die haben halt irgendwie Einen der unterhaltsamsten Typen an der Spitze Was so jetzt Politik angeht Weil der Söder Alter Was der so auf Social Media treibt Das ist so lustig Stellenweise Wahrscheinlich auch mehr Unfreiwillig Ja ja total Aber irgendwie Hat der eine Art Die schon auch echt lustig ist Was jetzt natürlich Nichts über seine Kompetenz aussagt Aber Irgendwie ist das ein Typ So wir waren beim Punkt der Raten Du musst mich noch raten Ach ja ich muss dich noch raten Ja ich sag Du bist da ein bisschen Gnadenloser würde ich mal sagen Und sage Du bist bei 1,5 Ja Regisseur und Rebuchautor des Films War Werner Possat Falls ihr Seine Filmografie noch Vervollständigt wollt Vervollständigt wollt Haben wir das auch schon mal genannt Und Na ja mit 4 Credits Ist jetzt nicht die Welt Aber der hat einiges produziert Hat viel produziert Ja 28 Produktionscredits Und hast du gelesen Wie der umgekommen ist Ach der ist umgekommen Ne da habe ich nicht weiter recherchiert Der ist 2004 beim Tsunami in Phuket Ach Gestorben Ja Oha Ja siehste Einmal bewegt man sich mal raus aus Bayern Passiert sowas Ah das ist heftig ey Das ist wirklich hart Heftig trifft es ja Ja Das ist auf jeden Fall hart Ja Kommen wir zur Story Ich fasse mal zusammen Ich versuche das mal ja Ich versuche mich mal Also Xaver ist so ein bisschen Der bayerische Forrest Gump So kann man ihn formulieren Der Dorfdeb Auch wieder So ein typisch bayerisches Dorfdeb Bayerisches Wort Deb oder Und Der ist auch so In einer Dorfdisco unterwegs Und Wird da so ein bisschen verarscht Hier von den Von den Discogängern Und demaskiert Den Raudi Der gerade mit seiner Gang Den Laden überfällt Und Abrennt Und Demaskiert Jetzt Und Der Zeuge Und der Zeuge Wird dann natürlich Jetzt von der Gang Gejagt Xaver landet im Wald Kurzerhand Pennt dort ein Und bekommt nicht mit Dass ein Außerirdischer Mit seinem Rosa Kirmesraumschiff Eine Bruchlandung Hingelegt hat In seiner Gegend Ist ja wirklich so Das ist ja Sein Raumschiff Es sieht ja aus Wie auf dem Französischen Volksfest Diese Dinger Das sind Isetta Alter Ja okay Es ist eine Isetta Aber es sieht auch ein bisschen aus Wie diese Raumschiffe Die du so Weißt du Wo du so den Hebel Nach hinten ziehst Und dann Die so ein bisschen hoch Und fahren an einem Kreis So Wo Vierjährige halt Und fahren So ein Ding ist es halt Die haben bestimmt auch Ein paar von diesen Lampen Da abgeschraubt Und dann dran gemacht Auf jeden Fall Einfach ein bisschen Isetta Ein bisschen Jahrmarkt Und so Also es ist schon Ein sehr lustiges Design Ja Und der kleine Kern meckert natürlich Wie ein Rohrspatz Weil sein Raumschiff Da kaputt ist Und weil die ganzen Kabel raushängen Und rastet da so ein bisschen aus Und Xaver freundet sich Mit ihm an Und nennt ihn kurzerhand Alois Also er geht da so ein paar Namen durch Und bei Alois Meckert er besonders laut Weil er rastet aus Weil er den anderen Typ Nicht versteht Den er vollquatscht Und deswegen Wurde er kurzerhand Alois getauft Läusel Läusel ja Ist so ein bisschen Wie so ein Test Ob Hunde reagieren Oder Das macht man auch Bei Haustieren Wenn man den Namen gibt So dass man Dass man guckt Ob die irgendwie aufhorchen Wenn du sagst So Oskar Tom Und dann gehst du so Die Namen durch Und dann irgendwann Lauschen die so auf Ah okay Ludwig heißt du Okay Ja ich glaube Man darf hier nicht Allzu viel hinterfragen Was Logik angeht Aber also es gibt Leute Die so Haustieren Namen geben Das weiß ich Ja auf jeden Fall So Xaver verkleidet jetzt Alois mit so typischen Bayerischen Trachten Lederhosen Halt so Hut Und alles mögliche Weil Alois hat so Kleine Gnubbel auf dem Kopf Die ihn dann als Alien Outen würden Und deswegen muss man das ja ein bisschen Muss man das ein bisschen verstecken Deswegen kriegt er dann Hut auf Und eine Lederhose Und dann wird der kleine Außerirdische In die bayerischen Bräuche eingeweiht Im Laufe des Films Der lernt natürlich Wie man Bier trinkt Ganz oben Schuhplattler wird gelernt Bier trinken Dann lernt er natürlich Wie man Brüste anfasst Dann lernt er wie man Bier trinkt Dann merkt er wie man kühlmerkt Und der lernt natürlich Wie man Bier trinkt Ja ich finde Das hat er auch recht schnell gelernt Weil er das ja dann ziemlich geil findet Ja ja Der setzt das schnell um Und Bier ist glaube ich auch das erste Was er sagt Also was er dann so Was er dann so nachplappert Und Der lernt eh relativ schnell Ja und allgemein greift er aber Auf so einzelne Sätze auf Und kann ihn nicht so richtig Im richtigen Kontext immer sagen Das ist halt so auch so witzig Dass der Witzig Dass der so Halt Sachen dann so Verwendet In dem er halt so Zum Beispiel dieses Dieses typische Die Maschine ist hier Weißt du Weil sein Raumschirm Hat abgestürzt Und er sagt so Ja die ist hier Die Maschine ist hier Und deswegen Rennt er halt zu Leuten Und sagt so Die Maschine ist hier Und die wissen gar nicht Von welcher Maschine er redet Und das ist eigentlich so Die Rahmenhandlung von Xaver und sein außerirdischer Freund Die mich natürlich extrem An den Louis de Finesse Film einat Mit seinen außerirdischen Kohlköpfen Wo er sich auch anfreunde Mit einem Menschlich aussehenden Aber als außerirdischen Verkleideten Buddy da irgendwie Und den dann so ein bisschen In sein Herz schließt Weil er landet ja auch so In so einer Sehr dörflichen Gegend Weißt du Er ist ja glaube ich Ein Landwirt oder so Und er landet auf seinem Hof Ja stimmt Da wurden Das zum einen Aber ich finde ansonsten Inhaltlich natürlich Krass E.T. Ne Ja irgendwie schon Ja so ein bisschen Das bayerische E.T. Ja Da postet halt Der bayerische Spielberg Von Jus Ja Also natürlich Durch die sehr Kleine Körpergröße Von Läusl Ja Werden natürlich auch Diverse Witze In die Richtung gemacht Ja klar Klar Ja genau Genau Ja logisch Ja Genau das Ja Ich hatte ja Also als ich mir Überlegt habe Wie du diesen Film Finden magst Dann War ich so ein bisschen Bei Sunshine Rage Auf Ibiza Mhm Ich glaube dass Leute Die damals in ihrer Jugend Diesen Film gesehen haben Und in ihrer Kindheit Oder vielleicht regional Nochmal in Bezug haben Zu bestimmten Personen Oder zu der Landschaft Oder zu den Bräuchen Und zum Bier trinken Allgemein Wo wir ja beide Keine großen Fans sind Dann glaube ich Funktioniert dieser Film Anders als bei uns beiden Oder als bei dir Bei Sunshine Rage Auf Ibiza Wo Jan damit Seine zehn Punkte Rausgehauen hast Und du einfach nur gesagt hast Chill doch Digga Ja Ja ich bin zehn Punkte Aber das ist ja Ich glaube Deine Reaktion war so gut Chill doch alter Was für zehn Punkte alter Zwei Das ist halt auch genau Die Sorte Film Ja Und deswegen kann ich Gut nachvollziehen Dass eben wenn du Wie du schon sagst Wenn du In Bayern lebst Oder da aufgewachsen bist Dann ist sowas Wahrscheinlich geil Ja ja Uns fehlt halt alles Uns fehlt der lokale Bezug Ja Naja aber Also ich fand deinen Vergleich jetzt zu Finesse Ziemlich gut Weil da An das gehen Hat das bei mir So ein bisschen angeknüpft Also diese Diese Klamauk Arie Wo es dann Verfolgungsjagden Irgendwie mit zwei Kmh gibt Ja ja klar So das Ganze Ding Irgendwie Ich fand das nicht Komplett scheiße Überraschenderweise Was Okay das ist wirklich Überraschenderweise Ich meine Ich fand es auch nicht Komplett scheiße Ich finde ihn eigentlich Relativ kurzweilig Aber trotzdem halt Nicht Ist kein guter Film Ne ist es auch nicht Aber eben Er ist irgendwie Kurzweilig Und das hat mich Auch überrascht Weil das ist Mörder repetitiv Okay Weil das ja wirklich Also dann wird halt Verfolgungsjagd Mit zwei Kmh Dann wieder Bier trinken Dann wieder irgendwie Irgendwo entkommen Dann wieder Bier trinken Ja Also es ist ja schon Es wiederholt sich dann Doch einiges Also so wahnsinnig Zielstrebig sind die ja Auch nicht unterwegs Bei der Lösung des Problems Mit seinem Raumschiff Und allem Das passiert ja auch eher Alles beiläufig Ja das stimmt ja Ach ja da war ja auch noch was Da müssen wir uns auch noch Kümmern Ich hole mir den Mechaniker Ja stimmt Aber es ist halt Die Sorte Klamauk Ja also ich Hab es echt Schlimmer erwartet Okay krass Das hätte ich nicht gedacht Aber es ist halt Ein Relikt seiner Zeit Wenn du Skava siehst Alter Ja ja Ist grau so Aber es ist halt Also viel von dem Witz Ist halt Für mich Nicht lustig Also es gibt halt So eine wilde Jagd In der Scheune Wo halt Wo halt der Läusel So unter den Kühen Durchkriegt Und dabei wird er halt Angekackt von einer Kuh Ja Und dann hat er halt Scheiße Scheiße im Gesicht Und muss ich dann Und wischt sich dann Ange wieder diese Scheiße Aus dem Gesicht So und das ist halt so Und ich denke Ja gut Das ist halt jetzt Finde ich jetzt nicht so lustig Aber so ein paar Sachen Wenn er so Die Maschine ist hier Ruft und so Und er ist schon ein bisschen Zitierwürdig der Film Das muss man ihm lassen Also der hat wahrscheinlich An der einen oder anderen Stelle Ich glaube auch Ja Glaube ich Wenn man aufgewachsen ist Mit dem Film Dann kann man das Am Strafgebrauch Kann man ein paar von den Sachen Mit einbauen Die gerade der Außerirdische So vor sich gibt Und Ja und so ein bisschen Herz hat er schon Finde ich Also so Ja also ich finde auch Das merkt man Dass hier alle Beteiligten Mit sehr viel Engagement Dabei waren Ja Definitiv Aber So von den Leuten Die dabei sind Also ich Kannte niemanden Der Typ der den Xaver spielt Rupert J. Seidel Habe ich so richtig viel gerissen Sieben Credits Immerhin bei Texas dabei gewesen Also Doc Snyder Und der Ich kann mir auch vorstellen Dass Helge Schneider Den Film irgendwo mal gesehen hat Und gesagt hat Den Typen Ich besetzte den Film Ja ja Und dem dann so ein Cameo gegeben hat Oder so Jetzt mal Spielt er da nicht auch Irgendein Stotterer Oder so Also Ich weiß gar nicht mehr Welche Rolle er hat Übernommen Kann ich dir nicht sagen Und der Herr Der den Alois spielt Der hat auch 10 Credits Griechen oder Der gebürtiger Grieche Aber hat primär in Frankreich gearbeitet Aber es passt natürlich Dass der nicht so richtig Deutsch kann Und dass der das Was er hört Das klangt ja Also es klang ja auch Meistens synchronisiert Irgendwie Oder ich weiß nicht Das klang zumindest so Als wenn er das so Als wenn er das so gehört hat Und dann so nachgesprochen hat Und nicht wirklich versteht Was er da sagt Ja aber irgendwie Klang die Stimme auch Ein bisschen verzerrt Also ich kann mir vorstellen Dass dir das Dass da viel eingespielt wurde Möglich Dass da noch bearbeitet worden ist Ich weiß nicht Achso Erwähnenswert wäre natürlich noch Dass der Score Beziehungsweise die Filmmusik Stammt von Heinling Und bayerische Landsleute Da draußen Die wissen definitiv Dass das auch eine Größe ist Aus der Region Der hat hier die Filmmusik zugeschrieben Okay Das sei vielleicht auch noch wichtig Fandst du den Soundtrack Jetzt irgendwie auffällig gut Oder Ja ja Egal Der bayerische John Williams Ist ein Brett Ich werde auf jeden Fall Ich habe bei Ebay gleich Ausschau gehalten Nach der Soundtrack Auf Vinyl am besten Hier der Soundtrack von Xaver Und sein außerirdischer Freund Habe ich nicht gefunden Ne aber war Hat gepasst War lustig beschwingt Ja ja schon hat es hier auch Einiges wiederholt Ne Ja ja Ist aber typisch für die Filme In den 80er und 70er Dass man da so Alter guck dir die Buds-Betzer-Filme an Ja Einfach so inflationär Ein Hauptthema Ein Hauptthema 700 Mal hoch und runter gespielt Am Laufe des Films Naja Das hast du hier auch Ja Mensch Da hat mich immer überrascht Ja 90 Minuten Relativ kurzweilig Aber halt Durchwachsen von der Qualität So würde ich es mal formulieren Ja Wissen wir denn Was genaueres zur Ranggehensweise Von Yoshimitsu Weil Ja Ja Yoshimitsu hat natürlich Ein großes Herz für diesen Film Und er will Er wollte glaube ich rausfinden Ob der auch außerhalb von Bayern funktioniert Ach wirklich Und hat ihm vier Sterne bei Letterboxd gegeben Weil das natürlich so ein Film aus seiner Jugend Oder aus seiner Region ist Und so ein bisschen die Bräuche aus Bayern Halt direkt hochnimmt Deswegen sag ich ja Wenn da der lokale Teil noch dazu kommt Dann punktet er wahrscheinlich ein bis zwei Punkte mehr Aber Für uns als Ur-Berliner schwierig Mhm Ja Also er mag den Der mag den sehr Ja aber er musste ja davon ausgehen Dass das bei uns nicht Genau so ankommt Oder Ich weiß ja nicht Ob man automatisch davon ausgehen muss Also Wahrscheinlich gehen die da in der 3 ran Und Geben meinen Auftragsfilm Schieben meinen Auftragsfilm rüber Und gucken was passiert Okay Eine Wundertüte hier Ja So ist das Mhm Ja Wollen wir zu den restlichen Punkten kommen Ja IMDb 6,4 Allzu viel gibt es ansonsten zu diesem Film Ich hatte 205 U's auf Letterboxd Das reicht nicht um eine Durchschnittsbewertung hinzukriegen Zwei davon von uns Zwei davon Ja Meiner noch nicht mal Noch nicht mal online Achso stimmt Deiner ist da schon mit drin Ja also es ist nicht die Welt Und Alter Mal wieder mit einer Mit einem sehr guten Tipp eingestiegen Deinerseits Also die 4 ist richtig Ach was Ja Ist ja geil Nicht schlecht Alter Okay Ich bin mal dreieinhalb Dreieinhalb Wir fanden den also scheinbar ähnlich Ja das geht ja Ist ja cool Zwei miese für dich Ja gut Muss zugegebenermaßen sagen Das war so ein bisschen So ein diplomatischer Tipp Weil ich nicht wusste Okay Entweder ist das so ein Nuller Ding Oder halt einer Dem du sagst Ja komm So irgendwie ging der schon um die 3 Deswegen dachte ich Ich nehme mal den Mittelweg Da mit meiner 1,5 Die ich getippt habe Okay Verstehe Aber dann war es ja doch In meiner Region Ja 4 und 3,5 Jetzt nicht Weltklasse Aber Tat jetzt auch nicht weh Den zu gucken Und ey Wie passend ist das Dass ich den in unserem Ferienhaus In Bayern gesehen habe Ja ja Dass ich diesen Film ausgerechnet In Bayern gesehen habe Also das war hier In ländlicher Umgebung Bei dem Bei der rauschenden Kläranlage In dem hier Hat super gepasst Konntest du jemanden nötigen Den mitzugucken? Ne den hat niemand Aber es war glaube ich lustig Dass meine Meine Kollegen Haben zwar nichts zu gesagt Aber Dass die da so Bayerische Filme auf jeden Fall Aus meinem Zimmer Poltern hören Weißt du Mit bayerischem Dialoge Die haben sich bestimmt Oder was guckt der da? Gut die werden sich schon gedacht haben Wahrscheinlich Wieder Podcast Stuff Genau Als ich bei Isar war In Wien habe ich ja auch Die Falco-Logo gesehen Das hat auch gut gepasst Und jetzt halt Jetzt hat Saber und sein außerirdischer Freund Ich weiß nicht Ob wir schon mal Bayerischen Film bei uns hatten Ich glaube nicht Ich glaube auch nicht Also Österreich auf jeden Fall Findest du das Also meinst du jetzt so Auf bayerisch auch Oder weil wir hatten Auf jeden Fall Filme Mit halt Bayerischer Beteiligung Und Produktion Und so Ich meine schon Ich meine schon direkt Auf bayerisch Direkt auf bayerisch In Bayern spielend Ne Ich glaube nicht Ja Aber es sind ja schon Also so Bayern selbst Hat ja was die Filmindustrie angeht Hier so mit Wie hieß er denn Wie hieß er denn Monaco Franza Und so hin und her Und Haben sie ja schon Haben sie ja schon Gute Schauspieler Vorgebracht Die so Die so eine Menge Auf jeden Fall Für die deutsche Filmlandschaft Auch getan Also Walter Sedlmeyer Und so damals Ja ja Zumal das ja sowieso Neben diesem Mikrokosmos Wo es halt Echt einige Formate Und Filme gibt Die es gar nicht Groß über Bayern hinaus schaffen Haben die natürlich Einen großen Einfluss Das ist ja auch Eigene Filmförderung Und so Und der Bayerische Filmpreis Das gehört schon auch Zu den Renommierterinnen In Deutschland Richtig Klar Also da gab es schon Einige Größen Fritz Weiper war glaube ich Auch bayer Dieses Jahr verstorben Der Vater von Pumuckl Nicht zu vergessen Auch ein Urbayer Mhm Ja klar Haben schon Haben schon Impact in der Filmlandschaft Hinterlassen Okay So viel dazu Dann Leiten wir über Zu deinem Projekt Ja Jetzt weiß ich gar nicht Wo wir gelandet sind Mit Ob ich meinen Losfilm Jetzt bringe Oder in der nächsten Episode Ich glaube ich mach das In der nächsten Das hab ich dir überlassen Ja Dann bringe ich jetzt Das geplante Lineup Ich hab mir nämlich Wieder Welche von den Zehn Losfilmen angeguckt Das ist doch gut Dann darf sich Jascha Jetzt auf die nächste Episode Freuen Dann hat er einen Teaser Ja Ist doch von ihm das los gewesen Glaub ich Ja Ja genau Und dieses Los hier kam von Jens Mhm Hat er auch erst dieses Jahr reingeschmissen Im Juni Und So schnell kann's gehen Passt aber echt gut Weil den wollte ich eh sehen Also der war tatsächlich Auf meiner Watchlist Und früher oder später Hätte ich den eh geguckt Ist dann doch eher ein Klassiker Weil aus dem Jahr 67 Und er heißt Point Blank Mhm Auf Deutsch Point Blank Keiner darf überleben Hast du den eigentlich gesehen? Ne Wollte ich aber noch Bis du den rezensierst Ich dachte ich krieg's noch hin Aber Jetzt warst du schnell Ja okay Ich hab's ja auch nicht angekündigt Insofern alles gut Also Ja stimmt Weil du wolltest nämlich Eigentlich markieren Was Wo du Bescheid bekommen Das ist der einzige Den ich halt zu Hause stehen habe Wo ich gesagt war Ah Den nimmst du mal als Badewanne-Film Jetzt Bei der kommenden Session Aber jetzt Mach mal nicht als Badewanne-Film Alter Kein Badewanne-Film? Ne Ich find der macht zineastisch Zu viel Spezielles Als dass man den mal Eben in der Badewanne snackt Okay Ist schon ein großer Film Er war aber auch ein riesen Fan In der Badewanne Das hab ich dir auch schon mal gehört Ja okay Das ist jetzt nicht so Dass da jetzt So ein Laptop-Setup steht Also Aber Ja okay Also gut Klar ist es jetzt Aufgrund der Zeit Natürlich nichts Effektlastiges Oder so Aber ich mein Du würdest jetzt Gewisse Hitchcock-Filme Oder so Wird's jetzt auch nicht In der Badewanne gucken Oder? Ja Gerade so alte Filme Das einzige was Bei meinen Badewanne-Filmen Halt so Was halt hinten wegfällt Ist der Sound Ja das ist hier aber Eben auch nicht unwichtig Weil ich halt nur Den Sound aus dem Fernseher habe Das ist das einzige Ich hab keine Boxen Da zu stehen Aber der Fernseher selber Ist größer als Sag ich mal 80% Alle Wohnzimmerfernseher Da draußen Okay Und deswegen guck ich mir So die alten Klassiker Und so Also auch so Bei Anruf im Ort War auch ein Badewanne-Film Hab ich auch einen Badewanne-Film Ach echt? Okay Ja das geht schon Ja gut Ich find hier ist schon jetzt auch Den Sound speziell in seiner Wirkung Okay Weiß ich nicht Ja gut Das ist natürlich ein guter Tipp Wenn du sagst Sound spielt da auch eine Rolle Dann ist das ein Argument Für das Wohnzimmer Naja weil Dieser Film ist ja von John Borman Und ich weiß nicht Wie du es mit Deliverance gemacht hast War das für dich auch ein Badewanne-Film? Ne Den hab ich nicht in der Badewanne-Film Den nicht Okay Ja weil finde ich Kann man da schon Ja das ist so Wenn du so Die ganz großen hast Und du weißt Das sind nicht so Dialogfilme So 12 Geschoren Zum Beispiel finde ich Ist auch okay in der Badewanne Auch wenn das ein Meisterwerk ist Weißt du Auch wenn das ein 10-Punkte-Film ist Ja okay Verstehe die Richtung Aber jetzt so Der unsichtbare Dritte Oder Psycho Oder so eine Sachen Das ist dann Das ist dann natürlich schon Beamer-Material Ja der würde bestimmt auch Bei dir in der Badewanne funktionieren Weil eben Ich finde es ein spezieller Film Ja aber kann sein Dass ich den demnächst Dann tatsächlich mal nachhole Insofern bin ich gespannt Was du da drüber erzählst Ja John Borman Wir hatten hier eben Deliverance Und Excalibur glaube ich auch Ne Ja der hat auch von ihm Ja Aber ich meine Der hat es in seiner Karriere Auf 5 Oscar-Nominierungen gebracht Hope and Glory Ist ja auch so ein Ding Was mich jetzt Zugegebenermaßen Nicht tierisch Interessiert Aber der war ja auch Bei Bei den Oscars Und sonst wie Der hat eine Menge Preise bekommen Und Point Blank Ist eben auch von ihm Und das Spannende daran Ist aber Dass das sein erster Sowohl Farbfilm Als auch sein erster Hollywood Film war Ah ja Weil der Herr ist ja Brite Und hat dann eben 67 Point Blank gemacht Und das auch Primär weil Lee Marvin Der hier die Hauptrolle spielt Der kam mit der Idee an Dieses Buch zu verfilmen Weil ich hatte es nicht auf dem Schirm Das ist eine Verfilmung Eines Romans Und zwar Ich glaube Im ersten Roman Aus einer ziemlich langen Reihe Es gibt nämlich Von Richard Stark Eine Reihe Über eine Person Namens Parker Die wurde hier in dem Film umbenannt Weil Der Der Schöpfer von der Figur Übrigens Richard Stark Ein Pseudonym Der Herr heißt eigentlich Donald E. Westlake Der hat angeordnet Dass Parker nur Verwendet werden darf Wenn die daraus Auch eine Reihe machen Okay So Das war aber nicht der Plan Und deswegen Musste Parker In Walker umbenannt werden Was ich auch nicht Auf dem Schirm hatte Warum hat er das so Als Vorgabe Um zu kassieren Oder Was war der Plan Habe ich auch selten gehört Dass das ein Naja weil das hat Diese Parker Reihe Umfasst wirklich viele Bücher Und ich kann mir halt Dass das so eine Eintagsfliege wird Genau Ich kann mir halt vorstellen Dass der wollte Wenn die wirklich Diese Figur nehmen Und auch als diese Figur Identifizieren Dass dann Das auch so Bond mäßig Irgendwie eine Reihe werden Ich auch gedacht Okay Und das haben sie hier Nicht angedacht Deswegen wurde er eben Umbenannt in Walker Interessant daran finde ich Weil das hatte ich null Auf dem Schirm Mel Gibson's Payback Ist dieser Film Ach stimmt Ja Und wusste ich überhaupt nicht Und da wurde er auch Umbenannt Da heißt er nämlich Nicht Parker Sondern Porter Und hier heißt er Walker Und das ist schon lustig Weil das ist wohl auch In den Büchern Immer wieder Thema So dass die Leute Wenn es um seinen Namen geht So die Palette An ähnlich klingenden Namen Aufzählen Insofern passt das ganz gut Ja Payback Stimmt Payback war das Remake Von Point Blank Ja ich hab den ja neulich Fälschlicherweise Erwähnt Also ich glaube Als ich über I Saw The Devil gesprochen hab Da meinte ich natürlich Ransom Nicht Payback Ach und Michael Douglas Das Ding War das Michael Douglas Heißt der Ransom Kopfgeld heißt der Aufdeutsch Ja Ja Das war Michael Douglas War das nicht auch Mel Gibson Irgendwie hab ich da Mel Gibson Auf dem Im Kopf Ist auch egal Payback jedenfalls Ist eben auch Die Verfilmung Des gleichen Buches Wie jetzt Point Blank Okay Ja und Lee Marvin War halt seinerzeit Schon echt ne große Nummer Also der hat Leute Und vor allem Finanziers gezogen Und dem Moment Wo der halt ankam Um das Ding zu verfilmen Kam das auch zustande Und er hat halt auch Mitproduziert Und schon auch Sehr viel Einfluss Genommen Sowohl Stilistisch Als auch Inszenatorisch Und so Das war eine sehr enge Zusammenarbeit hier Von John Boorman Und Lee Marvin Und der hatte damals Ja schon Also ich meine Der ist eh krass 107 Credits Jetzt nicht übermäßig Viel für Leute aus der Zeit Aber halt schon Echt große Filme dabei Du hattest ja glaube ich Dirty Dozen hier Ja Kane war ihr Schicksal Und Cat Blue Und so Also der hat wirklich Bekannte Filme gemacht Auf jeden Fall Und war halt auch Echt ne Kante Also so Als Typ Hat schon auch glaube ich Immer so den harten Knochen Gespielt Oder Also hat der jemals Irgendwie Schon auch so Also Wobei Der romcom Kenn ich von ihm Glaube ich Ne eben Und ich meine So ein bisschen Eastwood mäßig Schon auch immer So der Der grumpy Harte Knochen Der Archetyp passt Aber Lustig Dass der als Leading Man So gut funktioniert hat Weißt du Weil Echt kein attraktiver Typ Aber halt irgendwie ein Typ Und dann spielt er immer Diese Diese Wichser eigentlich Und trotzdem Zieht er so viele Leute Weil er irgendwie Mit den Filmen Die er gemacht hat Das hat funktioniert So ein bisschen Die Bronson Schiene Finde ich Ja Ähnlicher Ähnlicher Schlag Ist ja auch nicht gerade so Der sympathische Kerl von nebenan Lacht ja auch nie Und Ne Das hast du hier aber Das ging so weit Mit seinem Einfluss Dass der halt hier halt Auch versucht hat Einfluss aufs Casting Zu nehmen Weil John Byrne Spielt hier Mel Reese Das ist eine der Hauptfiguren Und Auch jemand Dirty Harry Animal House Topaz Und so 212 Credits Richtig viel gemacht Die Fresse kennst du auf jeden Fall Und er fand jetzt aber Also Lee Marvin Fand John Vernon Zu weich für die Rolle Fand er das Ja Und wollte deswegen Jemand anderen haben Und hat dann auch Also Das hat dann solche Ausmaße genommen Dass der halt in einem Take Wo die hier so eine Auseinandersetzung haben Hat er halt richtig zugeschlagen Weil also Und du siehst auch In dem Film Was Lee Marvin Den selbst Wirklich einsteckt Also wie es den auf die Fresse haut Und was der kassiert Und so Also das ist schon Dieser harte Knochen Den der hier spielt Der muss schon auch Als Schauspieler Echt eine Menge mitgemacht haben So siehst du einfach Wie der körperlich Hier mit drin ist Das ist Schon abgefahren Und dann gibt es hier eben Auch noch eine Frau Die eine große Rolle spielt Oder diverse Eine davon Angie Dickinson Und mit der Hat Lee Marvin Schon bei The Killers Gearbeitet 64 Hat Seitdem Haben die sich gehasst Er wollte dann Peggy Lee Für diese Rolle haben Und geworden ist er Aber trotzdem Angie Dickinson Also Aber das meine ich halt nur Der hat halt mit seiner Art Schon auch dann versucht So einen Einfluss zu nehmen Aber das Schöne ist Er hatte halt Für die Geschichte Irgendwie was Spezielles vor Und in Kombination mit John Berman Der wahrscheinlich Das eigentlich Geniale Dann gemacht hat Wie ich finde Ist es dann In meinen Augen Schon zum speziellen Film geworden Weil Du hast zwar eine lineare Handlung Aber der Film Fängt von Anfang an an Dir durch einen Fragmentierten Schnitt Dir so ein bisschen Die Orientierung zu nehmen Weil Die Situation Mit der es anfängt Ist nur bedingt Direkt vom Anfang Und dann springt Du aber auch In eine Situation Von der du erstmal Gar nicht weißt Ist die jetzt lange Davor Oder danach Oder so Also Durch solche Sprünge Im Schnitt Bist du Am Anfang In den ersten Minuten Auf jeden Fall Einigermaßen orientierungslos Ja schon ungewöhnlich Für die Zeit Dieses Verschachtelte So das fällt mir Bei manchen Filmen auf Dass ich denke so Das war schon nicht üblich Ey deswegen Der war seiner Zeit Hier wieder Mörder voraus Weil Das ist eigentlich Hat das Ganze So ein Noir-Anstrich Das gibt wahrscheinlich Diese Geschichte schon auch Mit Dass du diese Noir-Elemente hast Aber die ist mit so neuen Vor allem für die Zeit halt Neuen Dingen kombiniert Eben mit einem besonderen Schnitt Du hast also Der Einsatz von Sound und Schnitt Ist sowieso recht smart gemacht Weil du oft auch dann Noch die Den Dialog Von der Szene hörst Und dann bist du Bildlich im Schnitt Aber schon woanders Und solche Sachen Und das ist wirklich Kriegt eben Dadurch so ein bisschen Was Traummäßiges Und unterstützt halt Vor allem Den Fokus Der Hauptfigur Die Hauptfigur ist Wie ich gesagt habe Walker Gespielt von Lee Marvin Und der ist Involviert Mit Mal Reese Und Mal Reese Ist so ein Verbrecher Hat jetzt das Problem Dass er eine Verbrecherorganisation Und da dem Bossen Halt eine ordentliche Summe Geld schuldet Jetzt bittet der Sein Freund Walker Ihm bei einem Raub Zu helfen In Alcatraz Er sagt Da kommen Typen vorbei Den nehmen wir das Geld ab Und Dann haben wir da Eine Beute Das Problem ist Er erzählt ihm halt Nicht alles So Dieser Bei dem Raub Kommen Leute um Das Davon Wusste Walker Erstmal nichts Und dann geht es So weit Dass das nicht Die Summe ist Die er sich Erhofft hat Jetzt reicht das Also nur Gerade so Wenn er alles An sich reißt Um seine Schulden Zu bezahlen Also Bringt der Walker Um Die sind eben Wie gesagt In Alcatraz Hast du dann am Anfang Diese Szene Kommt ein kleiner Helikopter angeflogen Zwei Typen kommen raus Und dann kommen Aus dem Off Hier unsere drei Protagonisten Weil die Frau von Walker Ist nämlich auch dabei Das ist Lynn Gespielt von Sharon Ecker Die ist übrigens Auch letztes Jahr Erst mit 87 Gestorben Die kennt man aber primär Aus Fernsehgeschichten Jedenfalls Jedenfalls ist sie hier Noch die Frau Von Walker Und jetzt Begehen die diesen Raub Nehmen den Typen Das Geld ab Zählen anschließend Die Kohle In der Gefängniszelle Dabei stellt Mal Reese fest Das reicht nicht Und er schießt Walker Zieht mit Lynn Dann ab Und dieses Ding Sehen wir immer am Anfang Also die Die quasi Wie er ihn erschießt Ist das erste Was du siehst Und dann springen wir Erst zurück Zu der Zu der Handlung Und sehen wie es Dahin gekommen ist Habe ich tatsächlich Sehr präsent aus Payback Da war es James Coburn Glaube ich Ach okay Das ist auch so Oh okay Also Naja und dann erfahren wir Natürlich Dass er ihn nicht Getötet hat Mit dem Schuss Was aber Was du halt nicht Blickst durch den Schnitt Erstmal Deswegen ist es schon Ganz cool gemacht Und Ja jetzt Lebt Walker noch Und Jetzt ist es persönlich Weil er sagt Der ist mit Meinem Anteil Abgezogen Es geht hier Sehr konkret Um 93.000 Dollar Und Walker sagt Ich will die zurück Und begibt sich jetzt Auf den Weg Das zurückzuholen Und alles was im Weg ist Wird halt platt gemacht Oder benutzt Um dieses Geld zu bekommen Ja Und da ist der erste Gang Dann zu seiner Ex-Frau Lynn Die mittlerweile Mit Maryse Angebundelt hat Die Bitch Ja und da Die wird dann ausgefragt Auch in einer Sehr interessanten Dialog Weil da sieht man auch Wieder den Einfluss Von Lee Marvin Weil es gab Einen geschriebenen Dialog Wo er sie verhört Und Lee Marvin Hat sich aber entschieden Seine Fragen Weg zu lassen Und einfach Stumm zu sein Und das krasse ist Sie spielt das dann So geil mit Weil du halt Es funktioniert voll Weil Er einfach nur da sitzt In seiner Art Und Böse guckt Und sie dadurch Halt sofort Anfängt Zu plaudern Ja und merkt Ja halt diese Anspannung Und alles Abgefahren Ist geil gemacht Ja Und also wie du schon Gesagt hast Super untypisch Für die Zeit Aber eben Von Anfang an Beabsichtigt Hier so eine Fragmentierte Struktur Rein zu bringen Und das war halt Für Gerade für Studiofilme Aus der Zeit Super untypisch Und Dann konnten sie halt Mit dem Status Von Lee Marvin Ankommen Der hat dann Sowieso Der hat dann Meeting einberufen Bei MGM Um den Bossen Zu erklären Was hier Phase ist Und Hat gesagt Ich mach das Ding Nur Wenn ich Final Cut bekomme Und hier alle Entscheidungen treffen darf Also auch was eben Drehbuch und Besetzung Und so weiter angeht Und dann haben die Ja gesagt Und dann hat er gesagt Alles klar Ich delegiere das ganze Ding Jetzt an John Boorman Heißt Er hat jetzt auch All diese Rechte Also durfte MGM Da gar nichts mehr sagen Weil in dem Moment Wo die dann Die ersten Muster gesehen haben Und halt eben Diesen fragmentierten Schnitt Im Anfang so Wollten die natürlich Sofort was anders haben Und haben dann schon Über Nachdrehs Spekuliert und so Aber das Schöne ist Nö Ging halt nicht Weil John Boorman Und Lee Marvin Durften das so entscheiden Und hatten den Final Cut Und das ist auch gut so Alter Weil Ja War seiner Zeit voraus Fair enough Aber aus heutiger Sicht Sehr cool Dass das so geblieben ist Nice Ja Ja und wie gesagt Er marschiert hier durch Alter Das ist schon geil Wie es der Film eben auch Vielleicht durch dieses Durch diese Schnitt Arie Schafft Dass du seinen Fokus So krass nachvollziehen kannst Der trifft für sich halt Die Entscheidung so Okay die haben mich abgefickt Nicht mit mir Ich ficke zurück Und dann alter Wie gesagt Also Wie er bei Lynn Einmarschiert Der Der Die macht die Tür auf Er tritt sie mit der Tür In die Wohnung Gegen die Wand Dann liegt sie da erstmal Er rennt ins Schlafzimmer Schießt aufs Bett Bevor Bevor er überhaupt geguckt hat Ob da jemand drin liegt Und dann kommt es erst zum Dialog Also es ist echt so dieser Shoot first Ask questions later Typ Und das macht er schon ganz geil Das ist echt abgefahren Das ist halt die richtige Besetzung für Total Was man jetzt Halt echt kaufen muss Was mir nicht so ganz leicht gefallen ist Ist das Mit was für Frauen der hier hantiert Also Weil du hast ja halt wirklich Also Der hat den Charme einer Nagelfeile Und Sieht auch noch aus Wie So ein alter Lederkoffer Ey Das ist natürlich die Zeit Wo man auf harte Hunde gestanden hat Ja aber das Alter Was für Ladies Der hier klar macht Alter Das ist schon so Dass ich mich war So what the fuck Ey Wollt ihr mich echt verarschen Weil also Also gerade auch Angie Dickinson Mann Das ist schon Echt eine sehr schöne Lady Und das Erzählt sich mir nicht so richtig Gut Dass die Also Die müssen halt alle Die Murder Daddy Issues haben So Vom anderen Stern Aber egal Also Ne Darauf geschissen Das Tut der Handlung Jetzt wirklich keinen Abbruch Und neben den Eben schon genannten Haben wir noch Carol O'Connor Den man kennen könnte Und Sid Haig Sid Haig mal wieder Ja aber Ich komparsere Das Ja ja Da muss man schon wissen Dass er das ist Sonst sieht man das nicht Naja und ein riesen Fan Des Films Und auch Es gibt glaube ich sogar Eine Kommentarversion Wo er seinen Senf dazu gibt Im Gespräch mit John Burman Steven Soderbergh Der hat nämlich Selber auch zugegeben Dass das der Film ist Von dem er mit Abstand Am meisten geklaut hat Aha okay Ja weil zum Beispiel Ein ganz klassisches Ding Was wir wirklich heute Oder in der Zwischenzeit Häufig gesehen haben Du hast eine Rangelei Zwischen Lee Marvin Und Einer der weiblichen Schauspielerinnen Beziehungsweise Er smackt sie halt Durch die Gegend Und dann landen die Auf dem Boden Und robben da rum Schnitt Die beiden robben Im Bett rum So Also halt dieses Vom Fight Zum Sex Das ist zum Beispiel Was wo Soderbergh Auch sagt Ey klar Habe ich 1 zu 1 So übernommen Ja ja klar Und wurde halt Seitdem auch Wirklich oft gemacht Und Ja mit solchen Also solche Schnittideen Das war halt Ey 67 Hast die Leute Damit halt stellenweise Wirklich überfordert Von wem war denn Out of sight Wo sie auch immer So zwischen der Sexszene Und dem Kennenlernen Immer so hin und her Geschwenkt haben Clooney und Jennifer Lopez Ja ja War das nicht auch Soderbergh Mir war so Als wäre das auch Soderbergh Eventuell gewesen Ja Aber eben Stimmt Da hast du das auch Die Szene auch Reingesetzt Ja Blick in die Zukunft Und dann wieder Zurück in die Gegenwart Und dann wieder Die Sexszene Die erst noch stattfindet Ja Ja oder Doch das war Guck mal nach Ich glaube Scheiße Ich bin mir nicht sicher Ich bin mir auch nicht sicher Aber irgendwie Klingelt da was mit Soderbergh Und Out of sight Ja und deswegen Ich bin sehr froh Den gesehen zu haben Also Out of sight Ist von Soderbergh Ja siehste Siehste Das ist die erste Szene Die mir eingefallen ist Tatsächlich gerade Ja ja eben Und es ist so offensichtlich Wenn man es weiß Und das ist jetzt hier halt Die Vorlage Und ja du musst den gucken Alter Ist ein geiler Film Werde ich machen Hab den ja Hab mir den irgendwann gekauft 92 Minuten Ist damit halt auch Wahnsinnig straight Mhm Also eben Du guckst halt ihm Dabei zu Wie er da durchmarschiert Und das Schöne ist Bist echt gefordert Weil eben Ja durch den Schnitt Klingt geil Ja ist es Ist natürlich auf sämtlichen Listen Schneiderliste und Co Und hat Zweieinhalb Millionen gekostet Was auch Für die Zeit Gar nicht mal so viel ist Aber es ist halt auch Ein überschaubarer Cast und so Und die haben auch wirklich In Alcatraz gedreht Das ist übrigens ganz cool Weil das ist der erste Film Der nach der Schließung Von Alcatraz In Alcatraz gedreht wurde Ah okay 63 haben die In den Laden dicht gemacht Und der Film kam 67 raus Wir haben nicht alle Die Rechte bekommen Da zu drehen Ich glaube The Rock Durfte da nochmal Auf drehen Bei der richtigen Location Ja Mhm So und ich glaube Jetzt habe ich alles Erzählt Was ich erzählen wollte Ja Weißt du was ich mir Angeguckt habe Nach Die Nacht des Jägers Ich habe ja die Criterion Collection Natürlich zu Hause Im Regal gehabt Und da ist ein Special Dabei wo du 2 Stunden 40 Also ich dachte erstmal Das ist eine Doku wäre Aber das ist tatsächlich 2 Stunden 40 Fast schon so ein B-Roll Echt? Wo du die kompletten Szenen des Films hast Die halt irgendwie Die von Wie heißt er denn alter Von den Nacht des Jägers Der Schauspieler Der das inszeniert hat Und man in seinem einzigen Regie Credit Bin ich bescheuert Ja Charles Lawton Danke Lawton Genau Wo Charles Lawton dann Irgendwie Du hörst deine Regieanweisung Aus dem Hintergrund Wo er sagt so Nein guck nicht in die Kamera So zu dem kleinen Mädchen Und so Nein guck nicht in die Kamera Und so Und dann immer diese Stränge Und so Wie er da mal reinwirft Ist super interessant Wie er diesen Film inszeniert hat Oder was er für Vorstellungen hatte Wie die das betonen sollen Und so Und eigentlich guckst du nur 2 Stunden 40 Seine Regieanweisung zu Und wie dieser Film gedreht worden ist Zwischendurch ist mal ab und zu So ein Schauspieler eingeblendet Wo es heißt so Ja der hat das und das vorher gemacht Also so diese klassische Doku Hat der nur so fragmentiert Zwischendrin Okay Ist ja geil Aber der größte Teil ist tatsächlich so Regieanweisung von Charles Lawton Während des Drehs Wie die bestimmte Szenen Dass sie sich nochmal anders hingestellt haben Und super interessant Voll gut Ja geil Fand ich echt geil Das klingt sehr interessant Kann ich auch nochmal empfehlen Ja So Dann Punkte oder Punkte Ja 7,3 Auf IMDb Metascore ist bei 86 Letterboxd 3,9 Das klingt nach irgendwas zwischen 8,5 und 9 Und Ich nehme die 9 9 ist richtig 9 ist richtig Ja Sehr schön Ja Da ging ich von aus Dass es rüberkommt Dass ich den echt gut fand Ja dann Werde ich mich von überzeugen Und wir hier klingeln Vielleicht demnächst Ja mach das Ja Wir haben ja einen Dialog Freundchen Wir haben ja einen Podcast Du kannst doch ruhig was sagen Wenn ich irgendwas sage Das schweigt er mich an Nothing you're saying is helpful That's a pretty good idea Okay Pretty good idea Mein nächster Film Weil ich rezentiere jetzt auch was Und das ist die pretty good idea Ja man Okay Ich habe einen Film aus England Aus dem Jahr 1979 Der hört auf den attraktiven Namen Scum Kurz und bündig In Deutschland ist der auch bekannt Unter dem Titel Abschauen Von Regisseur Alan Clark Er und auch der Drehbuchautor Roy Minton Roy Minton übrigens letzten Monat Er ist gestorben mit 90 Jahren Die haben beide sehr sehr viel fürs britische Fernsehen geschrieben Und inszeniert Also von Alan Clark Vom Regisseur Ist zum Beispiel auch die Serie Made in Britain 1983 Das war ein ziemlicher Straßenfeger damals gewesen Aber ansonsten haben die jetzt auch nicht allzu viel gemacht Und die haben diesen kleinen Film Scum Damals inszeniert Für einen schmalen Taler Von 300.000 Budget Gab es da ein Remake von? Ich weiß nicht Ob es da ein Remake Remake von gab Irgendwas sagt man das nämlich Ja weil der Film doch recht berühmt ist Tatsächlich Und auf mehreren Listen auftaucht Vielleicht hast du ihn da mal aufgeschnappt Lustigerweise hat er tatsächlich Parallelen zu einem Film Aus einer Aus einem Von einem anderen Kontinent Den ich in der nächsten Episode Die Einschlafepisode Mit Dennis dann besprechen werde Insofern habt ihr da nochmal Direkt Parallele zur nächsten Episode Und wir sind direkt am Anfang In der ersten Szene Beim Einchecken eines jungen Mannes Namens Carlin In eine Jugendstrafanstalt Weil er sich nämlich in Notwehr Mit einem Kopper geprügelt hat Und wird in diese Jugendstrafanstalt gebracht Hier der prominenteste Name im Cast Noch sehr klein und sehr jung Ray Winstone Kennt du Ray Winstone? Natürlich kennt er ihn ja Ich kenne ihn sowieso Weil ich The Proposition sehr mag Und Sexy Beast sowieso Und Sexy Beast Ja bei Black Widow Hat er jetzt neulich auch Ins MCU reingeschnuppert Insofern ist es ein Gesicht Was ich eigentlich immer gerne sehe Ja wobei da war seine Figur Also bei Gentleman war er ja auch dabei Mal in der Serie Super ähnliche Figur Also ich finde Gerade in den letzten Jahren Hat er eigentlich nur noch so Den gleichen Typ gespielt Ja so ein bisschen unterfordert Auf jeden Fall Mal so halt der kriminelle Strippenzieher Und irgendwie halt so Ja gerade bei Black Widow Fand ich ihn auch unterfordert So Ich weiß halt Ich kenne ihn halt aus anderen Filmen Eben Alter das ist was für eine coole Sau Ja Ja hier noch halt sehr klein Und der Direktor und der Aufseher Zeigen ihm im Büro auch sofort Wo es lang geht Weil Die hauen ihn erstmal Hauen ihn erstmal in den Bauch Und sagen so Alter du redest hier Wenn wir dir das erlauben Und Dann wird er schon in seine Schranken gewiesen Dass er hier nicht so leicht Dass er hier nicht so eine leichte Zeit Haben wird Er wird dann gemobbt Er wird drangsaliert Es gibt einen Oberbully Der sich selbst als Daddy bezeichnet Mit seiner Gang Und die schrecken auch Vor Vergewaltigung Nicht zurück Rassismus ist sowieso An der Tagesordnung In dieser Jugendstrafanstalt In England der 70er Die Schwarzen Inhaftierten Wären als Jungle Bunnies Bezeichnet tatsächlich Also laufend Von den anderen Und irgendwann Im Laufe des ersten Drittels Des Films Muss sich halt Carlin entscheiden Ist er halt Opfer Oder ist er auf der Macherseite Und das ist schon krass Weil wir haben ja so ein Klassisches Ding Aus Filmen Die du später Immer wieder gesehen hast Ich meine zuletzt Hatten wir hier Blood in Blood out Weißt du Wo er auch in den Knast gekommen ist Und erstmal das Opfer war Und dann gesagt hat Er dreht den Spieß um Weil so geht es ja nicht weiter Und das hat hier Carlin In einer Szene auch gemacht Und zwar in dieses Klassische Ding Dass er eine Socke nimmt Und dann in diesen Freizeitraum geht Und dann da Billardkugeln In die Socke reinpackt Und dann erstmal Zeigt dass er sich Dass er sich nichts mehr Gefallen lässt Und dass er jetzt der Daddy ist Also schon ganz interessant Und dann wird das umgeregt Viel mehr will ich hier Eigentlich auch gar nicht erzählen Aber es geht praktisch Um dieses harte Überleben In dieser In dieser Jugendstrafanstalt Im England der 70er Wo du halt von den Vorgesetzten Oder von den Leitern Oder von den Direktoren In der Anstalt Nichts erwarten darfst Weil das selber halt Wichser und Arschlöcher sind Die so ihre Aggressionen Und so an den An den Jugendlichen rauslassen Also Sehr nüchtern inszeniert Also es fühlt sich Super real an Weil du hast zum Beispiel Keinen klassischen Score In dem Film Okay Und du hast jetzt nicht So filmische Mittel Irgendwelche Bildspielereien Oder so Interessanterweise Drehte Regisseur Alan Clark Erstmal 1977 Eine TV-Version Von dem Film Scum Und dieser Film Denen die BBC Dann in Auftrag gegeben hat Wurde nach der Sichtung Dann verboten von der BBC Den haben die dann wieder Zurückgezogen Weil sie gesagt haben Das ist viel zu hart Das können wir nicht zeigen Im Fernsehen Ach echt Okay Und da war natürlich super angepisst Dass er einen Film Gedreht hat Und da seinen Schweiß Und seine Tränen Reingesteckt hat Und der dann nicht mal Gesendet wird Und Dieser Film hatte tatsächlich Erst 1991 Zum ersten Mal Premiere Im Fernsehen Also es hat ewig gedauert Dass dieser Film Schon verboten worden ist Kann ich verstehen Weil hier werden Wie gesagt Vergewaltigungen an Jugendlichen Gezeigt und so eine Sachen Also er ist schon Ja gut Aber das ist jetzt eine ähnliche Zeit Wenn du sagst Also Clockwork Orange Hat ja für ähnliche Probleme Gesorgt in der Zeit Ja Okay Geht in die Richtung Mhm Also du hast hier Ähm Ist super interessant Weil du hast auch kaum Identifikationsfiguren Weil Carlin selber Ist nicht sonderlich sympathisch Ist halt so ein So ein sehr ruhiger Der dann plötzlich Auch seine cholerischen Anfälle hat Ähm Du hast Primär hast du halt Opfer Weißt du Entweder die Die komplett drangsaliert werden Die halt zu schwach sind Sich zu wehren Weißt du So eine So eine Eher jüngeren Kinder Das sind halt die Die dann wirklich Gemobbt und vergewaltigt werden Und vielleicht hast du noch Ein In der Besetzung Das ist So ein Jugendlicher Der halt immer barfuß rumläuft Und der halt Vegetarier ist Und Auch da seine Sonderwünsche hat Und er lächelt dann immer freundlich Also wenn er mit den Direktoren Wenn die ihm halt irgendwie angehen wollen Und wenn die aggressiv zu ihm sind Hat er halt immer dieses Grinsen Auf den Lippen Und so hin und her Und reagiert eigentlich immer freundlich Und ruhig Und gelassen Und so Und Ist auch wegen Irgend so einer Lappalie Ist auch In dem Knast gelandet Und so Und Das ist auf jeden Fall Das weiß ich gar nicht Ich weiß gar nicht Was er für eine Strafe gekriegt Das kann ich dir gar nicht sagen Aber die verlängern das ja auch Random mäßig Weil die dann sagen Ja pass auf Du hast jetzt Keine Ahnung Du hast jetzt hier Scheiße gebaut Oder Du hast jetzt hier In der Kantine Den Teller an die Wand geworfen Und so Dafür brummen wir dir Zwei Jahre mehr auf Also das So eine Sätze ist er dann auch Weil das halt komplett dann Random wird Das geht dann auch so weit Dass Karl dann irgendwann mal Auch so eine kleine Revolution Dann Lostritt Ja Und dieser Film ist zum Beispiel Auf der World is Hell Liste Also dieses Hopeless Cinema Ding Die ich ja sehr interessant finde Der ist auch auf Edgar Wrights 1000 Favorite Movies Da ist der auch mit drauf Okay Also er empfiehlt ihn auch Und es gab es durchaus Ein Film den man sich Gut angucken kann Weil ich mochte den Ist immer noch Ab 18 freigegeben Wie gesagt Einer von der Von der härteren Sorte Und wenn man mal so ein frühes So ein frühes Beispiel Von diesem Jugendknast Film sieht Die man ja später noch gesehen hat Aber so primär die Filme Die davor entstanden sind Das sind ja tatsächlich So normale Knast Filme gewesen Ob jetzt die französischen Oder jetzt so Sachen wie Flucht aus Alcatraz und Co Oder Papillon und so Da ging es ja mehr um Erwachsenenrollen Und hier ist es halt wirklich so Eigentlich wehrlose Noch unschuldige Jugendliche Die man ja noch formen kann Die irgendwie mal Teilweise Scheiße gebaut haben Und zwar ging es da wirklich Um Lappalien Ja wobei Dann kam ja auch relativ zeitnah Bad Boys ne Ja Bad Boys kam dann Anfang der 80er richtig Kam ein paar Jahre später raus Der ist durchaus auch In dem Fahrwasser vergleichbar Okay Das ist so ein bisschen so die Die Ami-Version von Scum Aber hier hast du natürlich viel Dieses britische Lokalkolorit mit drin Dadurch wirkt das natürlich Noch ein bisschen realistischer Mochte ich Okay Tatsächlich ist eine Empfehlung 98 Minuten geht er Und das war es schon Punkt Wie Dave immer sagt Dann Macht er das Apropos Komme ich zu den Punkten Ami-Ve 7,6 Was für eine Überleitung Ami-Ve 7,6 Meta-Score 78 Und Letterboxd ist bei einer 3,9 Man hört und staunt Gute Zahlen Ja Ja Ich sag 8 Ja das ist wieder richtig 1,8 Für Scum Sehr schön Ist korrekt Alright Dann Nächster Film Nächstes Los Von meinen Von meinen Zehnerlosen wohlgemerkt Krasser Typ Okay In 3 Episoden Wirst du die abfertigen Ja Ne ne Das geht ja Zeitlich eh nicht Für die letzte 10 Erziehung Hat er 3 Jahre gebraucht Alter Jetzt macht er genau das Gegenteil Verrückt Ja Kann man nicht Unberechenbar Unberechenbar Der Lee Schlimm Verrückter Typ So und dann hab ich mir einen Film angeguckt Von Markus Den hat er im August 2022 reingeschmissen Also ganz Weile her Und der Film heißt Wonderland Aus dem Jahr 2003 Ah Und du kennst ihn Ja Ich hab da nämlich auch nochmal nachgeguckt Wie du den bewertet hast Das hat mich dann doch interessiert Hast du das Hast du dich zugehört Als ich gesagt habe Den mag ich Naja doch Ich wollte nur In Punkten wissen Wie viel du den magst Also wie sehr Okay 4 Sterne gab es von dir 4 Sterne Ja Hätte ich auch In der Region Hätte ich mich wahrscheinlich Dann auch gesehen Okay Ja und da Dave Mir die Scheibe mitgebracht hat Und da auch Noch die zweite Also war eine Bonus Jetzt mit bei Wo eine Doku drauf ist Die auch nochmal irgendwie 90 Minuten geht oder so Okay Da hab ich jetzt den Namen Grad nicht parat Hier What The Life and Times Of John C. Holmes Den hab ich mir auch noch angeguckt Commitment Deswegen ja Ich hatte schon Bock Da die volle Dröhnung zu bekommen Da kannst du ja direkt an der Doku Kannst ja sehen Wie realistisch der Film dann war Das hatte ich zum Beispiel nicht Den Vergleich Ja 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 genau Die Doku wiederum von 99 Und geht eben auch 105 Minuten Und der Film selbst halt Eine Stunde 44 Also ja Hab dann doch recht viel Zeit Mit dem Thema verbracht Plus Recherche und so Und ich wollte es wissen Regisseur James Cox 9 Credits Irgendwie auch lustig ne Das ist ausgerechnet Der so einen Nachnamen hat Das passt auf jeden Fall gut 9 Credits Der hat 2002 Highway gemacht Mit Jared Leto Und Jake Gyllenhaal Muss man nicht gesehen haben Glaube ich Straight A's ist von dem Jetzt auch kein Wirkliches Highlight Finde ich 2013 Und 2018 hat er Billionaire Boys Club gemacht Also ich glaube So der richtig große Wurf War da noch nicht dabei Aber er hat das auch geschrieben Zusammen mit Captain Mossner Todd Samowitz Und die Loris und Scott Das ganze Ding Basiert natürlich Auf Wahren Tatsachen Zumindest Dingen Von denen man weiß Dass sie so passiert sind Weil dann gibt es halt schon Auch einen ganzen Bereich Wo eben nicht klar ist Was passiert ist Wir sind Im Juli 81 1. Juli 81 Weil da hat die Polizei von Los Angeles Auf einen Notruf Reagiert Nachmittags Und zwar wurden sie da In die titelgebende Wonderland Avenue Gerufen Genauer Hausnummer 87 63 Das ist Laurel Canyon Und Also Großraum LA Und da Wurde die Polizei Hingerufen Und hat Vier Leichen Entdeckt Da wurde Da wurde nämlich Ein Drogendealer Namens Ron Lanius Billy Darrell Barbara Richardson Und die Hausbesitzerin Von der Hütte da Joy Miller Die wurden Ziemlich brutal Ermordet Aufgefunden Mit Die wurden mit Stahlrohren Erschlagen Und Also wirklich Aufs hässlichste Auseinandergenommen Eine Die Die Nummer Überlebt hat Ist die Frau Von Lanius Die aber Echt in einem Sehr kritischen Zustand Halt dann Ins Krankenhaus gekommen ist Jetzt gab es Natürlich eine Polizeiliche Ermittlung Und Untersuchung Und da Kam dann halt Viel raus Was so Ja also Die üblichen Abgründe Des Lebens In Los Angeles Mit sich bringen Geht natürlich um Drogen und Gewalt Und da Ja wird auch So ein ziemlich Bunt gemischte Truppe aus Dieser Unterwelt Dann schlussendlich Entlarvt Und Darunter halt Primär zwei Leute Nämlich einmal So ein Ex-Häftling Namens David Lynn Und dann eben Die Porno-Legende John Holmes So da hängt Dann auch noch Nachtclubbetreiber Namens Eddie Nash Mit dran Und So die Sowohl die Entfremdete Frau Noch Frau Von John Holmes Sharon So wie auch Seine neue Liebe Und Im Film Ist es so Erzählt Dass wir Durch die Befragung der Polizei Durch die Story Geführt werden Sehen erst Die Perspektive Von Lynn Und dann Die von Holmes Das ist eigentlich So die Aufmachung Des Films Ja Ich glaube Zur Handlung Würde ich gar nicht Mehr Erzählen wollen Also Weil die Dawn Schiller Das ist eben Diese neue Junge Sehr junge Lady Die John Holmes Dann irgendwann Kennenlernt Die spielt Da schon Auch eine Größere Rolle Und Der Film Versucht Auch so ein bisschen Diese Aufkommende Beziehung Zwischen Den beiden Und das Wilde Leben Was John Holmes Geführt hat So mit Einzubauen Aber In meinen Augen Funktioniert Da Wenig Bis gar Nichts Weil Das ist Schon Echt Abgefahren Alter Also Ja ich Habe noch So ein paar Fakten Aber die Kann ich Hinterher Erzählen Ich komme Jetzt erst mal Dazu wie ich Das gefunden Habe Weil Ich hatte echt Bock das Gut zu Finden Jetzt War offensichtlich Nicht so Ne Das war mal Gar nicht so Man hört es Raus Weil Also es fängt Damit an Und das Haben wir Leider oft Mit Filmen Speziell aus Der ersten Hälfte Der 2000er Jahre Und da Passt er Voll rein Mit 2003 Digga Das Color Grading Ist aus Der Hölle Okay Der Film Die haben Alle Kontraste Auf Anschlag Gedreht Also Der ist Entweder Maßlos Überbelichtet Oder halt Viel zu Bunt Und beides Und Ja Sieht also Erstmal Ziemlich Scheiße Aus Und Dann Hat der Narrativ Gewählt Was Der Sache Auch Nicht Gerade Dienlich Ist In meinen Augen Weil Man Hätte Hier Halt Auch So Walk The Line Machen Können Du Hast Eine Reale Person Mit Realen Vorkommnissen Und Die Person Ist Zweifelsohne Nicht Nur Durch Das Was Er Beruflich Gemacht Hat Sondern Schon Auch Durch Das Was ihn Psychisch Ausmacht Insofern Spannend Als Dass Man Da Einen Gewissen Verlauf Hätte Erzählen Können Und Wie Ist Der Typ Eigentlich So Geworden Erst Recht Wenn Man Seine Geschichte Kennt Und Weiß Was Was Für Einfachen Verhältnissen Der Kommt Und Was Das Auch Eigentlich Für Ein Schüchterner Typ Ist Und Wie Der Dann Zu diesem Pornostar Wurde Der Dann Halt Am Gewissen Punkt Spätestens Als er Koks Entdeckt Hat Halt Nichts Anderes Mehr gemacht Hat Als Koks zu Nehmen Also Diesen Weg Den Hätte Man Halt Auch Wirklich Eben Wie Ein Gutes Biopic Aufziehen Können Stattdessen Hat sich James Cox Aber Entschieden Hier Eine True Crime Schlotze Vom Schlimmsten Hinzulegen Alter Das Ding Ist Wirklich Also Wenn es Eine Verfilmung Von True Crime Podcast Geben Sollte Dann Ist Das Die Schlimmste Version Wie Du Das Machen Kannst Echt So Gleich Haben Die Auch In 18 Tagen So Eine Dann Doch Interessante Person Weil Das Hat Mir Dann Eben Diese Doku Dieses What Life In Times Of John C. Holmes Sehr Viel Näher Gebracht Weil Da Sein Manager Den Er Sein Leben Lang Hatte Mit Über ihn Spricht Seine Ex Frau Spricht Über ihn Die Wie hieß sie Dawn Schiller Die Erzählt Auch Einiges Wohlgemerkt Unkenntlich Gemacht Weil Die Hat Dann Natürlich Nach Diesen Eskapaden Irgendwann Ein normales Leben Angefangen Weil Das Ist halt Schon Auch Das Ding Alter Die war 15 Als Sie ihn Kennengelernt Hat So Die Hatte Ihren ersten Sex Mit ihm Das Muss Auch Ganz schön Traumatisierend sein Alter Wenn Du Deinen ersten Sex Mit Jemandem Der Den Größten Schwanz der Welt Hat Also weil Ich meine Wir reden Ja von 13 Halb Inches Alter So Das Ist Schon Der Der Hat Ein Schwanz Der So Groß Ist Dass Er Nicht Mal Richtig Hart Werden Kann Weil Er Sonst Bewusstlos Wird Weil Es Nicht Mehr Blut Im Kopf Gibt Das Ist Schon Also Es Ein Equipment Mit dem Du Nicht Arbeiten Kannst Weil Sagen Auch Sämtliche Leute Die Mit Gearbeitet haben Der War halt Nie wirklich hart Also nicht der Ne Nö Aber So Das Was Man Über ihn Weiß Ist Ja Dann Geht Schon In so eine dynamite Richtung Weil da Natürlich diese Storys die um ihn aufgemacht wurden immer größer wurden Das Schöne ist aber in der Doku erfährst du dass das halt auch eine gezielte Strategie seines Managers war Weil er als Typ wirklich also wenn du den in jungen Jahren gesehen hast Mörder das ist so ein skinny dude super schüchtern auch so im Umgang und hat halt nur natürlich durch die Aufmerksamkeit die er bekommen hat aufgrund seines übertrieben großen Schwanz hat das dann irgendwie so einen eigenen Charme bekommen diese Unschuldigkeit die er mitbringt weißt du in Kombination mit dem der ist halt der Equipment ja und das hat den ausgemacht das ist auch so was es kommt im Film nicht mal ansatzweise zur Sprache überhaupt was was ihn und seinen Charme so ausmacht und vor allem auch der Film steigt an einen Punkt ein wo er halt eigentlich auch schon völlig abgefuckt war und das ist schade weil er eben so als Person dann doch irgendwie komplex genug ist weil so das übt da auch alle Klischees eigentlich jetzt mal so was seinen Werdegang angeht weil der eben als da gewesen dann kam Stiefvater der hat ihn halt hoch und runter geprügelt und dann ist er da halt auch relativ schnell weg und so den Werdegang kann man halt in der Doku ganz gut mitbekommen nur finde ich es dann abgefahren weil der Film halt wirklich wenig davon thematisiert also ich finde eben es geht schon mal mit diesem krassen Altersunterschied los weil eben man hat Dornschiller irgendwann kennengelernt sie war halt 15 dann hatten die Sex irgendwie in irgendeinem schäbigen Van am Strand ihr erster Sex wohlgemerkt und das dann halt aber mit 15 mit so einem Schwanz also wie auch immer sie ist bei ihm geblieben die beiden hatten angeblich dann so die große Liebe das Problem war halt dass er noch verheiratet ist auch so ein Ding es kommt halt im Film kurz Armee dann geheiratet und eigentlich alles recht normal bis dahin und irgendwann kam er halt an mit der Idee ich möchte Porno machen es kam durch so einen Aufruf weil die irgendwo Leute gecastet haben und die dann da nackt sein mussten und ihn eigentlich nur so nach Motto ja mein Gott komm wir fotografieren nicht damit er Ruhe gibt so fotografieren ihn und dann zieht ab in dem Moment wo er sich okay wir machen dich zum Star so neuer Plan ja das ist ja auch das Ding in in Wort hören wir auch sehr viel Paul Thomas Anderson wie er mitspricht und seine Faszination über das Thema und so und eben auch den Einfluss den es dann hatte weil natürlich ist Boogie Nights sehr stark an die Wonderland Geschichte angelehnt also erst recht ja dann so der zweite Teil wo es eben losgeht mit Koks und Eskapaden und Waffen und so und das ist natürlich das Ding ja und fand ich so lustig dass Paul Thomas Anderson halt selber auch so ein mörderschüchterner Typ von seiner Faszination von dem Thema spricht das sehr viel lustiger also Watt auf jeden Fall sehenswert als Doku und es schade dass halt nichts davon in Wonderland landet weil ich finde es so krass du hast hier diese Abhandlung von diesen True was über seine Figuren zu erzählen wie kannst du denn eine Story wie kannst du diese Story erzählen und nichts über die Charaktere erzählen dem Film sind seine Figuren so egal du weißt nichts darüber es ist so krass und das aber echt sehr prominent besetzt also John Holmes wird von Val Kilmer gespielt auch noch so ein Ding der Film das Projekt sollte ursprünglich sie haben das 98 schon angekündigt damals sollte noch Michael Bean John Holmes spielen Michael Bean okay und Val Alonga Regie führen dann hat es wieder ein bisschen gedauert dann war irgendwann die erste Wahl als es dann jetzt eben hier von James Cox gemacht werden sollte war Matt Dillon die erste Wahl für John Holmes und der ist dann ausgestiegen weil er City of Ghosts gemacht hat und so kam Val Kilmer zum Zug dann haben wir als Dawn Schiller Kate Bosworth hier wir erinnern uns Louis Lane in Superman Returns und der schon einigen Sachen gab Dylan McDermott spielt hier David Lindt den hatten wir schon auch des öfteren Josh Lucas ist Ron Lanius und Carrie Fisher ausgerechnet Carrie Fisher spielt hier eine sehr fromme Person die das total verurteilt was er hier macht dann haben wir Ted Levine Tim Blake Nelson Janine Garofalo Christina Applegate Eric Burgosian Lisa Kudrow Paris Hilton Alter und Michael Pitt hat ursprünglich auch mal mitgespielt aber da wurde komplett rausgeschnitten Michael Pitt haben sie rausgeschnitten so so ja guter Cast riesen Cast und war bestimmt auch nicht günstig also circa 5 Millionen Scott McNeary mag ich ja gerne ja 5 Millionen hat er gekostet was jetzt wirklich nicht die Welt ist für einen Film den 2003 der 2003 gemacht wurde aber da war so viel mehr drin meine Fresse mich würde auch wirklich interessieren was Markus an dem Film gut fand oder du jetzt also kannst mir gerne mal wenn du da noch irgendwelche Erinnerungen parat hast würde mich mal interessieren was fandst du daran gut also ich hab mal geguckt wann ich den gesehen hab es war 2008 also es sind jetzt 16 Jahre her dass ich den gesichtet habe das ist eine ganze Weile her aber ich weiß dass ich den sehr mochte weil für mich war das jetzt kein Biopic von John Holmes und ich hab das auch nicht erwartet sondern das war tatsächlich so ein bisschen so dieses diese abgefuckte Story von diesem abgewrackten Pornostar der dann der dann irgendwie mit diesem viel zu jungen Mädchen da anwandelt und dann wie gesagt war dieser Mord noch mit drin und allgemein die Atmosphäre und das Sounding und ich mag irgendwie diese Filme die so in dieser Pornos in dieser schmierigen Pornoszene spielen Loveless zum Beispiel mochte ich sehr von meiner Seas Loveless fand ich auch super den fandst du auch gut oder auch The Do's fandst du ja auch gut als Serie und so klar Boogie Nights Alter ich bin da voll bei dir aber der fällt da voll raus also weil gerade schon du sagst ja dass eben man sieht was über den abgefuckten Typ und so wir erfahren noch nicht mal wie der so abgefuckt wurde okay also deswegen du erfährst nichts über die Figuren habe ich wahrscheinlich nicht vermisst also alles was du sagst jetzt die Figurenzeichnung und dass die irgendwie kein Fleisch haben oder so das habe ich wohl damals nicht vermisst zumal 2008 hat sich den gesehen aber wahrscheinlich mir das Color Grading auch nicht negativ aber fällt weil alle Filme so aus sind zu der damaligen Zeit logisch insofern war das für mich wahrscheinlich auch fein ist wahrscheinlich ein Film der auf eine Neusichtung wo ich bei einer Neusichtung gespannt wäre ob ich das so ähnlich sehe wie du aber so ist es natürlich vereinzelt zu lange her aber ich weiß das weil Kimmer zu dieser damaligen Zeit hatte ich den extrem im Visier weil der nämlich Salt and Sea gedreht hat ein Film den ich auch extrem unterschätzt finde den ich sehr mochte dann kam Wonderland den ich gut fand dann kam Kiss Kiss Bang Bang also der hat so mehrere Filme in 5, 6 Jahren gedreht wo ich gesagt habe der macht gerade ziemlich gute Sachen war davor nicht auch noch oder kurz davor der Doors Film das war noch 90er auf jeden Fall war das ja noch 90er das war noch in den 90ern aber der hat immer wieder Filme rausgebracht also der war ja früher war ja so okay Top Secret war jetzt ein Spoof aber der kam ja dann so mit Blockbuster wie Willow und so weißt als Hauptrolle das war ja alles so familienfreundliche Blockbuster wo er hat so das Gesicht in die Kamera gehalten auch Top Gun und so ist ja ist ja ein Blockbuster und dann hat er so Anfang 2000 hat er so hat er so nischige Filme gemacht und die mochte ich ja stimmt war ja auch ja klar der hat einige Blockbuster gemacht aber ich war nie so der riesen Wellkiller Fan aber hier ich meine der spielt das was da inszeniert wurde spielt der okay wie wahrscheinlich alle Beteiligten ich finde es halt nur so krass weil da einfach also weil das das wird der der Figur nicht gerecht oder eigentlich der Person weil da wäre so viel mehr drin gewesen ja aber ist das habe ich das nicht richtig erinnern dass das nur so ein Ausschnitt aus seinem Leben ist weil du scheinst ja zu vermissen dass das wie Walk the Line jetzt so sein ganzes Leben leuchtet nein verstehe mich nicht falsch das ist natürlich kein Biopic über John Holmes ich sage mal man hätte das auch machen können nur jetzt ist das ein Film über die Morde und der Film will uns eben in bester True Crime Manier so ein bisschen die Frage lassen war er involviert oder nicht und deswegen kriegen wir einmal die Version von Lind zu hören was an dem Abend passiert ist und dann kriegen wir die Version von John Holmes zu hören und natürlich unterscheiden die sich ja ja und damit wirst du dann halt zurückgelassen weil das ist ja kein Geheimnis viel mehr wissen die auch nicht es gab einen Prozess und da wurde niemand unterm Strich wirklich für verantwortlich gemacht und deswegen ja viel Lärm um nichts und dann frage ich mich aber was erzählst du dann also ist das jetzt ein verfilmter Polizeireport oder ist es der Versuch Aktenzeichen XY zu machen also ich weiß halt nicht so richtig was soll ja na gut dieser True Crime Charakter und so weiter da hast du wahrscheinlich hast du wahrscheinlich einen Punkt das ist so ähnlich wie bei I, Tonja dass man sagt man rollt das Ganze auf oder so aber wahrscheinlich für dich dann nicht unterhaltsam ja aber das Ding ist es sieht halt nicht oder es kommt halt nicht daher wie I, Tonja sondern wie eine von diesen grausamen Serien wenn du irgendwie nachts Vox anmachst dann siehst du doch irgendwie hier diese diese True Crime Geschichten wo irgendwelche Fälle reenactet werden und dann irgendwelche Polizisten über den Stand der Dinge erzählen genau so wirkt das Alter ist einfach eine von diesen die hat mein Vater alle gesehen damals alle da kam diese True Crime Serie er meinte ach so das hab ich schon gesehen der wird nachher verurteilt für dafür das war halt True Crime bevor es True Crime gab und irgendwie ich war da noch nie Fan von und der Film bedient aber eigentlich genau das ok deswegen ja was ist denn jetzt positiv bei dir hängen geblieben also was den Film angeht eine Menge Gesichter die ich kenne und mag und die das was da zu spielen gibt auch einigermaßen spielen aber es ist scheiße inszeniert es sieht schlimm aus das Drehbuch ist eine Vollkatastrophe und unterm Strich frage mich wozu braucht es diesen Film na klingt so als du bist so weit entfernt von meinen vier Sternen meinst du ich denke schon ja ich vermute ja was ich ganz lustig fand ist weil eben das ist irgendwie ein paar Tage her äh paar ne ist tatsächlich schon fast zwei Wochen her dass ich ihn gesehen habe und hab mich dann da eben bin da so eingetaucht in diese ganze äh Materie mit John Holmes und den Leuten mit seinem Manager und eben dann diese Doku und so dann ja ich mein ok jetzt kommt's raus Boogie Nights fand ich ja auch sehr cool naja ich mein das ist halt auch eins der eine der Facetten die seinen Mythos so krass gemacht haben diese Zahl die Zahlen mit denen die immer um sich geworfen haben ne weil der hat das ist messbar der hat irgendwie wohl um die tausend Pornofilme gedreht jetzt hat er aber immer gesagt ich hab mit 14.000 Frauen oder so geschlafen also da da wurde ja immer eine Zahl rausgehauen weil er halt so als the king of porn gilt und da haben aber halt Leute irgendwie nachgerechnet und so und hat festgestellt das ist rein rein rechnerisch so mit den Jahren die er gelebt hat und so alles gar nicht möglich müssen irgendwie 22 am Tag gewesen sein oder so ja ja irgendwas völlig absurd und deswegen sein Manager sagt er kann sein dass es um die tausend Frauen waren weil er wohl auch ist auch so ein Ding was ihn ausgemacht hat finde ich auch sehr spannend der wollte am liebsten immer mit neuen Frauen arbeiten also der wollte egal auch wenn das gut lief wollte der selten nochmal mit der gleichen Frau drehen der wollte immer wieder dieses neue Ding haben und seine Quote erhöhen ich glaube also so wie es rüberkommt in der Doku ging es da weniger um die Quote als viel mehr um andere Dinge ist ja auch egal jedenfalls finde ich erfährt man halt über die Doku so geile Sachen wie dass er sich diese diese Lügen die über ihn erzählt wurden also die seinen Manager zum Teil eben auch strategisch platziert hat um halt diesen Mythos irgendwie größer werden zu lassen weil der schon also am Anfang in der Hochphase der hat vielfache Engage bekommen von dem was andere Leute die erfolgreich zu der Zeit waren bekommen haben der hat halt dominiert ein paar Jahre lang war der halt wirklich der absolute King in dem Business klar und wurde auch von allen erkannt war in Talkshows hat sämtliche Medien hoch und runter bedient also Leute die überhaupt keine Pornos konsumieren wissen wer John Holmes ist genau alle wussten wer dieser Typ ist so und was eben diesen Mythos um ihn rum und da hat sein Manager halt schon clever agiert weil die dann eben auch gezielt so Geschichten über ihn und seine Vergangenheit und so haben die halt schon gezielt platziert und das krasse ist dass John Holmes eben so als Typ der war schon auch hart am Arsch weil der hat halt selber dann diese Geschichten erzählt und sie dann irgendwann geglaubt weil sein Manager erzählt dann die haben relativ früh zu Beginn seiner Karriere haben die das Ding gedroppt dass der einmal im Jahr von einer sehr reichen Engländerin eingeflogen wird irgendwie für 10.000 Pfund um dann eine Nacht mit ihr Sex zu haben und das macht er einmal im Jahr und wird dann halt ist er halt so ein bisschen auch noch der Gigolo und Jahre danach hat John Holmes dann im Gespräch mit seinem Manager irgendwann gesagt so ey weißt du noch als ich einmal im Jahr nach England bin das war krass und sein Manager so John du warst nie außerhalb der USA so was ist los okay ach so ah ja ja ne stimmt ja und die absolute Härte also wie gesagt mit dem Koks und so das driftete dann ab und dann gab es einen ziemlichen Downfall und dann hat er natürlich irgendwann versucht auch wieder da anzuknüpfen in den 80ern hat dann auch weitergearbeitet und das krasse ist sein Manager und er hatten dann irgendwann weil das eben so so eine hohe Fluktuation war was die Partnerin angeht mit denen der gedreht hat fingen die irgendwann an logisch 80er Aids mit HIV-Tests und weil er so ein schüchterner Typ war hat er dann immer mit seinem Manager zusammen diesen Test gemacht so und dann Test negativ alles klar dann drehen wir und die beiden sind auch der Meinung dass sie im Endeffekt dafür gesorgt haben dass halt jetzt HIV-Tests in der Pornobranche einfach gang und gäbe sind die Härte ist halt dass der das dann nach ein paar Monaten nochmal gemacht hat und irgendwann war sein Test dann positiv er ist auch an Aids gestorben damals oder war das nicht die Todesursache hat er dann weitergedreht das ist halt die Härte der wusste dass er positiv ist und hat knallhart weitergearbeitet alter so und weil das dann aber in den USA ein bisschen die Runde gemacht hat wollte ihn da niemand mehr haben also das hatte schon auch sehr mit seinen Eskapaden und dem Kokskonsum zu tun das ist alles Sachen aus der Doku das erfahren wir in Wonderland alles nicht und dann ist der halt weil er wirklich Geld gebraucht hat weil dieses der Drogenkonsum war schon so dass der halt auch täglich Geld ranschaffen musste für seine Drogen naja und dann hat er sich gesagt okay mein Name ist so groß ich dann drehe ich in Europa und dann hat er halt mit italienischen Pornostars zusammengearbeitet und das aber alles schön high-five positiv das ist ja hart also ey wirklich ein Soziopath vom Herrn alter weil das schon und das versucht der Film an ein zwei Stellen und das funktioniert halt nicht ansatzweise weil es nicht aufgeht so weil du halt nicht weißt wo es herkommt aber der Typ war ein krasser Soziopath also wirklich hart also auch so was die Dinge die seine Frau erzählt was der so raus ich meine damit geht es ja los so du bist verheiratet und sagst plötzlich du ich mache ich drehe jetzt Pornos und ist mir ziemlich egal wie du das findest weil ich mache es so oder so das ist meine Entscheidung und ich möchte aber verheiratet bleiben es ging halt so weit dass das also der hat ja jahrelang Pornos gedreht war weiter verheiratet mit seiner Frau die aber halt super christlich und hat dann irgendwann halt auch gesagt sie will jetzt körperlich halt auch nichts mehr von ihm wissen und die war trotzdem über weite Strecken halt eine riesen Stütze für ihn also fast bis zum bitteren Ende ist er dann nachdem es da eine Gerichtsverhandlung gab und so ist er dann mit Don Schiller noch nach Florida abgehauen und da hat sie ihn dann irgendwann ausgeliefert ah ja also ja guckt euch What an die Doku hört sich interessant an auf jeden Fall das ist sehenswert und Wonderland nicht so ich find's nicht so gut wie viele Punkte kriegt denn die Doku von dir die hab ich jetzt gar nicht bewertet aber stimmt kann ich mal machen dann ich würde sagen mal mindestens sieben das wäre eine sieben okay machen wir das auch gleich hier dreieinhalb bei Letterboxd bewertest du jetzt auch ja weil ich gerade auf der Seite bin bei Letterboxd ist das jetzt der erste Film den du bewertet hast oder was jetzt plötzlich ne ne so nach und nach ach hast du schon zwischenzeitlich ja ja also ich muss halt irgendwann mal das alles nachtragen als zum Beispiel neulich bin ich irgendwie auf Herbstsonate gelandet irgendwie bei Letterboxd auf der Seite und dann dachte ich oh Mensch klar fünf Sterne ich wollte gerade sagen gut bei denen denen dir die voll Punktzahl gibst das ist ja einfach aber sonst müsste ich eben mal halt die Liste parallel haben und dann fleißig übertragen ja verstehe ja deswegen guckt ihr guckt ihr Word auf jeden Fall an also es ist sehenswert bin interessiert so auch vielleicht eine neue Sichtung von Wonderland mal fällig ja das wäre mal spannend ja auf jeden so jetzt Punkte ja sechseinhalb auf IMDb Metascore ist bei 43 das ist auch schon nicht so doll Letterboxd 3,1 na gut geht ein bisschen mehr in deine Richtung das Ding ist jetzt noch kurz was zum Einspiel weil hier steht halt ein Einspiel von irgendwie 2,5 Millionen also das hat nicht funktioniert jetzt hat es aber damit zu tun dass Lionsgate natürlich ein tierisches Problem hatte diesen Film zu vermarkten weil es geht um Drogen es geht um Pornos es geht jetzt schwerpunktmäßig um brutale Gewalt und deswegen gab es halt nur einen sehr limitierten Release um natürlich für Awards in Frage zu kommen ja das hat nicht so gut funktioniert aber dadurch mussten die halt mehr auf Heimvideo zählen als jetzt auf Kinoeinspiel ah ja ja und jetzt eben was ich sagen wollte ich bin dann voll in der Materie da vor zwei Wochen und ihr habt dann gesehen jetzt hat original Anfang September diesen Jahres hat MGM Plus eine Doku-Serie veröffentlicht The Wonderland Massacre and the Secret History of Hollywood vier Episoden das gucke ich mir vielleicht auch noch irgendwann an dann hast du das Gesamtpaket ja genau dann John Holmes einmal hoch und wieder runter krasser Typ ja so wie er halb hoch und halb runter also ich glaube halt auch eben mit dem Schwanz in der Größenordnung das ist dann so das wird halt von vielen irgendwie beeindruckend gefunden aber mal ganz ehrlich das willst du doch nicht weder als Frau noch als Mann oder ja ja eben also weil es ist ja nur mit Problemen verbunden so ja fängt doch schon bei den alltäglichen Sachen an du stehst am Pessoir ja und das Ding hängt da ja eben hängt da mitten drin in diesem Dreck das ist das Ding kannst du dich nicht mal auf der Toilette hinsetzen weil dein Schwanz einfach dann unten im Wasser hängt boah das ist wirklich eklig wenn ich mir das vorstelle ja eben also es schwimmen du musst bei allen möglichen Scheiß kannst kannst du nicht mal anständig Unterwäsche kaufen nee das stimmt da hast du echt Einschränkungen in vielerlei Hinsichten ich weiß nicht ob das so erstrebenswert ist vor allem also wäre für mich halt das absolute Ausschlusskriterium Alter du kriegst den nicht mehr so hart dass du anständig Sex haben kannst ja das ist auch dämlich ist das unpraktisch musst du immer festhalten oder was ja super ja vielleicht kannst du mal das Thema John Holmes nochmal aufrollen demnächst weil wir haben ja da einen Gast der ziemlicher Spezialist ist was so Penislänge angeht insofern meinst du wäre das ja ein Thema was wir da aufbringen was du da bringen kannst ja das wird sich aufrollen ja ich muss noch Punkte raten it's really hard to be friends with you really hard get it ja ja ich verstehe ich sag achso ja du musst raten drei für dreieinhalb hat es noch gereicht aber hey das war ja dann doch sehr in der Nähe naja in der Nähe Alter von denen hier war nicht so leicht nee war nicht so leicht ja grüße an Markus trotzdem und nochmal grüße an Markus weil ich hab hier ein Los aus einer Zählererziehung was ich jetzt bringe insofern lustiges Timing kriegt er zwei Rezensionen hintereinander und der Film den ich gezogen habe für Markus ist The Yes Man Regeln die Welt aka The Yes Man Fixed the World das Sequel vom Yes Man Film ja der erste Teil der sich so um die Travelmaker gedreht hat kam ja sehr verhalten bei uns beiden an also dachte sich Markus guck doch noch mehr von dem Zeug nett von ihm ja das war der Ansatz ist auch geil so Markus hat ja schon wirklich den einen oder anderen wirklich geilen Film hier beigesteuert ja jetzt richtig gute aber jetzt haben wir heute irgendwie zwei Filme wo absehbar ist das nicht so ja also Mike Bonanno und Andy Bickelbaum das sind ja so die beiden Yes Man die hinter diesem Projekt stehen und die stehen hier natürlich vor der Kamera aber haben auch Regie und Drehbuch Credits auch hier wieder für den zweiten Teil für das Sequel aber es ist es läuft ja auch ein bisschen anders ab als beim ersten Teil also unter anderem ist nicht alles positiv was jetzt hier anders läuft unter anderem hat man das Gefühl dass die hier extrem so die Werbemaschinerie pushen weil du schon am Anfang irgendwie die Webseite eingeblendet kriegst so glaube ich dreimal während des Vorspanns von wegen dass man doch irgendwie die Yes Man supporten sollte unter dem und dem Spendenkonto weil dann vielleicht sollten wir das auch mal machen dann ermöglicht Patreon Steady Links ins Intro einbauen vielleicht sollten wir es machen ja weil dann ermöglicht ihr uns natürlich noch weitere Projekte zu drehen und weitere Filme zu machen und so und das wirkt so ein bisschen wie so eine wie so eine forcierte Werbeveranstaltung von den beiden wie viele Jahre lagen dazwischen also der ist jetzt von 2009 ah ok wann war der erste war der nicht auch irgendwas von 2000 oder so 2004 oder so 2004 ok gucken wir mal The Yes Man also haben wir wie hieß denn nochmal The Yes Man oder ne auch The Yes Man irgendwas ne das hieß nicht nur The Yes Man oder guckst du gerade nach da war es doch doch The Yes Man original auf deutsch Globalisierung nein danke ach das war der war von 2003 2003 ok also 6 Jahre genau 6 Jahre liegen dazwischen jetzt haben die diesen Film rausgebracht und im Grunde genommen ist es ein ähnliches Prinzip also die Jungs machen Fake Webseiten die machen falsche Presseerklärungen und werden deshalb auf gewisse Events Konferenzen Interviews eingeladen ähm unter und schleichen sich da ein natürlich unter falschem Vorbehalt und das und die greifen meistens irgendwelche politischen ähm Begebenheiten aus der damaligen Zeit auf und versuchen dann daraus so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erhaschen bestes Beispiel es gab zum Beispiel ein ähm Riesenunglück in Bhopal in Indian im Jahre 1984 ich weiß nicht ob du davon was gehört hast die Firma Union Carbide haben damals mehrere Tonnen Giftstoffe durch so einen durch so einen Industrieunfall in die Atmosphäre geschickt und das hat im Laufe der daraufhörigen Jahre irgendwie tausende von Toten hervorgebracht äh missgebildete Kinder und alles mögliche rausgebracht also es war ein Riesen Riesen Shitstorm und die beiden haben sich halt also beziehungsweise der eine von denen hat sich halt ähm äh hat sich jetzt vorgestellt als Mitarbeiter von Bhopal und dass sie einsehen dass sie damals jetzt irgendwie dass die Scheiße gebaut haben und dann auch für Entschädigungen gesorgt wurden was natürlich dafür sorgt dass gewisse Leute oder Hinterbliebene dieser Opfer von damals sich Hoffnung gemacht haben weißt du aufgrund dieses aufgrund dieser Ansage und aufgrund dieses Typen der jetzt auf einmal im Fernsehen sagt ähm ich bin jetzt von der Firma und ja und ich gebe zu es ist damals dumm gelaufen weil mittlerweile sind es natürlich alles neue Besitzer und so und die haben gewechselt und äh die Firma Bhopal wusste gar nichts von diesem von diesen Typen die da jetzt Interviews gibt für die BBC und alles mögliche das zum Beispiel ein Punkt und was ein bisschen also was so ein bisschen anders läuft und das finde ich auch ein bisschen unglücklich du hast so Zwischensequenzen in diesem Szenario weil die sagen natürlich danach ja jetzt haben wir den Hinterbliebenen und so Hoffnung gemacht dass es da vielleicht noch ein bisschen Geld fließt und so und äh wir wollten uns überzeugen ob das so negativ bei denen ankommt und dann fliegen die nach Bhopal zu dem Volk und dann gibt es halt so eine gestellte Szene hä was ist denn der Ansatz ich verstehe den Ansatz gar nicht was meinst du jetzt mit Ansatz die die machen darauf aufmerksam und wissen dann aber dass es halt keine Zahlung gibt und fliegen dann hin um zu gucken wie ob es die Leute abfuckt oder was ja ja weil die wollen natürlich also es ist ein bisschen zwiegespalten weil das Ding ist die rollen natürlich wieder das Thema auf ja was unter Teppich gekehrt worden ist das heißt die bringen das Thema wieder in die Öffentlichkeit und bestimmte Leute machen sich auch Hoffnung und nachdem diese nachdem dieser Prank rausgekommen ist sondern nachdem rausgekommen ist dass der nicht bei dass der nicht arbeitet bei Union Carbide und so sagen die natürlich okay aber zumindest hat man den Fall vielleicht wieder vor Augen oder vielleicht rollt die Firma das wieder auf weißt du die sind jetzt wieder in der Presse durch die Yes Men und vielleicht bewirken die dadurch was aber in so einer gestellten Szene siehst du natürlich wie die nach Indien fliegen und dann siehst du halt so einen Haufen indischer Muttis und Omis und so weiter wie sie anfangen die zu würgen und zu attackieren so weißt du aber du siehst halt dass die dabei lachen und so das ist alles so ein bisschen gestellt du hast auch so Zwischensequenzen wo die einfach in so ein See springen und dann da so so Synchronübungen in diesem See machen so weißt du während die da so einen Offtext sprechen also du hast diesmal so eine so eine fiktiven Spielsequenzen mit drin warum die sagen zum Beispiel dass die Yes Men aus ihrer Kommando auch ihrer neuen Kommando Zentrale operieren und dann siehst du wie die in so einem in so einer total abgefuckten leerstehenden Fabrik halt irgendwie hocken weißt du wo du so überall Schutt und Asche hast und die haben da ihren kleinen Fernseher irgendwie da zu stehen und das soll das dann selbst ironisch sein das soll wahrscheinlich selbst ironisch sein oder so ein bisschen so diese diese Rahmenhandlung untermalen oder was auch immer und dann hast du halt mehrere dieser Momente wo sie sich halt ausgeben für irgendwas was sie nicht sind es gibt zum Beispiel so eine Messe wo die sich vorstellen dass sie wieder wie im ersten Teil so ähnlich dass sie so einen Schutzanzug halt hervorgebracht haben gegen das Ozonloch also beziehungsweise wenn jetzt die Umweltkatastrophen sich nähern oder Krieg oder so dann haben die halt so einen Schutzanzug der hat aus wie so eine riesige Kugel wo halt so sechs Arme rausfassen wo es halt angeblich wo die sich halt auch so irgendwie andocken können an eine Kuh um da irgendwie Blut rauszuziehen oder Milch oder je nachdem was man braucht also voll der Schwachsinn und der Reiz dieser Yes Men ist es natürlich dass du vereinzelt in diesem Publikum von diesen Wirtschaftsleuten oder von diesen Vertretern oder so hast du immer wieder vereinzelt welche die halt Interesse zeigen die das glauben die das glauben genau du hast halt welche du siehst halt Leute die aufstehen und dann abhauen weißt du und die dann sagen was ist das für ein Scheiß du hast halt welche die sich totlachen und dann hast du aber andere die stellen dann ernsthaft Fragen und die sagen ja ist denn auch im Kriegszustand und so hin und her und das ist natürlich so dieses Vorführen ich glaube ich wäre der Letzte ich würde auch fragen der Lee würde hinterfragen ja natürlich ja dann hat man in New Orleans hat man Hurricane Katrina dann als Thema genommen weil es gibt so Wohnkomplexe die dann eingestampft werden sollen von der Regierung und er stellt sich halt hin als Vertreter von diesem von diesem Wohnprojekt und sagt halt es wird dort nicht eingestampft sondern diese Wohnkomplexe bleiben stehen also auch hier wieder die machen an vielen verschiedenen Stellen machen die auch den Leuten so Hoffnung wo sie eigentlich keine Hoffnung machen sollten ja eben und thematisieren das aber ja die thematisieren das auch es geht dann nur um dieses Awareness schaffen genau es geht wirklich nur um Awareness von wegen das Thema wieder aufbringen damit man das wieder vor Augen hat aber ja aber um welchen Preis denn also wenn du dann eben wieder die Leute denen Hoffnung machst und dann werden die wieder enttäuscht ist ja wie man es mal also ich verstehe auch den Sinn nicht hundertprozentig außer jetzt das Thema wieder aufzurollen ich finde das machen halt natürlich führen die teilweise an manchen Momenten Leute vor weißt du indem da Politiker sind die dann so ein Statement bringen wo die sagen so ah hier hat er sich selber ans Aus katapultiert aber das machen so Leute wie Michael Moore wesentlich intelligenter wie ich finde weißt du ja und der macht es auch schon reißerisch in ihren Format ja auch reißerisch aber zumindest so dass du sagst ja gut das ist interessant so und hier ist es halt so das sind halt einfach nur Prankster der einzige interessante also ein interessanter Part fand ich die haben am Ende eine Fake New York Times rausgebracht und haben die halt unter die Leute gebracht und haben die so an irgendwelche Verteiler von der New York Times dann irgendwie direkt vor dem New York Times Gebäude verteilt und in dieser Fake Ausgabe waren halt nur so eine Wunschnews da stand zum Beispiel so The Iraq War is over weißt du sowas oder von wegen die wir haben jetzt hier die Obergrenze für Gehalt und so weiter und die haben wir jetzt eingeführt und so eine Sachen also alles nur so positive Botschaften wo du wenn du in einer schönen Welt aufwachen würdest und würdest sagen du schlägst die Zeitung auf da sind nur so einen geilen Artikel drin das haben die halt rausgebracht und dann haben sie halt so die Reaktionen der Leute gezeigt wie die so die Zeitung aufschlagen und denken so Alter was was what the fuck weißt du der eine hat irgendwie losgelacht die andere so is that a joke und so weißt du und konnte nicht so richtig glauben was die da in der New York Times lesen weil ansonsten war natürlich alles die sah halt aus wie eine reale Zeitung aber was zeigst du mit sowas ne ja weiß ich nicht also der Sinn erschließt sich mir auch nicht hundertprozentig ich finde die beiden auch nicht sonderlich sympathisch und ich habe auch ich verstehe auch nicht was jetzt hier daran war das denn einigermaßen unterhaltsam was sie genau bewegen wollen naja leidlich also das einigermaßen passt vielleicht ja einigermaßen unterhaltsam du kommst hier irgendwie durch dadurch dass sie auch so verschiedene Sachen aber im Grunde genommen ist es immer dasselbe also die haben ja auch bei bei YouTube haben die ja auch so 20 Minuten irgendwie Kurzfilme danach noch gedreht wo die irgendwie in der Waffenlobby da nochmal die gleiche Geschichte aufführen also langsam kennt man die natürlich auch und die werden auch öfter mal entdeckt hier ist zum Beispiel ein Typ der sagt so ja ich habe hier bei diesem bei dieser Schutzanzuggeschichte ne bei dem bei dem Hurricane Katrina Ding so da haben die halt angerufen und haben gesagt so Digga hier in der Firma arbeitet keiner mit deinem Namen hast du eine Visitenkarte ne hab ich nicht hast du denn ein Management bei dir und so weiter zeigt er zu deinem Kumpel so weißt du sagt so ja hier ist mein Management sagt okay haben sie eine Visitenkarte ne haben auch keine Visitenkarte okay das sind Imposters so weißt du und dann hat er halt angerufen und hat gesagt so ey Digga hier geben sich halt zwei Leute aus eurer Firma aus die gehören nicht zu euch und die fangen dann die fangen dann an zu stottern und wissen halt nicht wie sie sich so richtig hier raus manövrieren und da ist am Telefon er sagt so ja ich bin grad am Telefon mit der Firma die sagt die haben noch nie was von ihnen gehört und so er sagt so ja das ist halt das ist halt deren Meinung so weißt du jeder kann halt sagen was er oder jeder behaupten was er will ich bin halt bei beim Senat in New Orleans und Co oder keine Ahnung okay also die werden auch öfter mal wieder erwischt und ja aber das klingt wirklich so als wäre das halt das was vielleicht eben Michael Moore oder auch vielleicht so ein Sacha Baron Cohen machen aber halt in Scheiße ja also in weniger unterhaltsam auf jeden Fall vielleicht nicht scheiße aber definitiv weniger unterhaltsam ich bin jetzt kein großer Fan der Jasmin auch wenn die immer wieder tatsächlich es geschafft haben in den Nachrichten zu landen und dann irgendwie vor einem Millionenpublikum inklusive Tagesschau mit der Fake mit der Fake New York Times weißt du also das haben sie dann haben sie dann aus dem deutschen Fernseher gezeigt wie die Tagesschau dann darüber berichtet dass die New York Times dass da eine Fehlausgabe ausgelöst und dann kam ja die Securities auch von der von der New York Times kam ja vor und ich meine so alter was machst du hier von der Fake Zeitung so das ist das ist illegal und so euch auszugeben für ein Unternehmen findet dass ihr nicht arbeitet und so also schon krass dass sie noch nicht im Knast gelandet sind beziehungsweise nicht auf Millionen verklagt worden sind von diesen ganzen Unternehmen wo die sich halt für ausgeben aber es ist im Grunde um die gleiche Masche wie beim ersten Teil ja ja wahrscheinlich weil sie halt wirklich wenig bis gar nichts bewirken damit könnte sein ja aber zumindest haben sich Namen gemacht weil man hat sie mittlerweile auf dem Schirm und man hat schon mehr als die Nachrichten über die berichtet okay aber haben die denn seit jetzt 2009 irgendwas größeres noch gemacht oder beschränkt sich das jetzt auf YouTube und Co das ist es gibt glaube ich noch einen dritten Film ah ja okay ohne jetzt schlafende Hunde wecken zu wollen aber es gibt glaube ich einen dritten Film neben diesem Kurzfilm Markus trägt hier den dritten auch noch auf ja ja ist einfach nicht meins hm ja ich glaube wir waren ja beide beim ersten auch nicht so wirklich angetan das klingt jetzt auch eher nochmal nach einem Schritt nach unten als nach der wilden Verbesserung ja also schwierig also ich bin jetzt kein großer Fan der ersten Mann was soll ich dir sagen und no man ja okay und diese Zwischensequenzen und dieses Gespielte und dieses haha ist jetzt sorgt jetzt auch nicht für weitere Unterhaltungswerte also auch wenn er reißerisch ist aber ich mag die Michael Moore Filme mehr und Sacha Baron Cohen sowieso also der ist der ist ein King in Sachen Vorfilmen ja definitiv ja geht 87 Minuten ist nicht besonders lang aber ist mäßig unterhaltsam Mensch this is disappointing again again nach Waterland Mensch Markus da ziehen wir mal lose nach dem ersten Yes Man vor allem was ist da los aber du hast recht also Markus hat schon eine gute Quote bei uns was Auftragsfilme angeht und so da hat er schon hat er schon Knaller in den Ring geworfen die beiden gehören jetzt nicht dazu aber wir haben ja noch seit Auftragsfilme in diesem Monat da hat er ja auch ein Los aufgewertet ach ja und guck mal wie der ist den hab ich noch nicht gesehen vielleicht holt der wieder ein bisschen die Kastanien aus dem Feuer aber jetzt erstmal die Punkte zu The Yes Man Fixed The World IMDB tatsächlich gut 7,5 auch der Metterscore mit 71 kann sich sehen lassen also die haben ihre Fans offensichtlich Letterboxd 3,6 nur ich bin keiner die haben ihre Fans ja du gehörst nicht dazu hm ich sag 4 nein eine 5 ist es noch geworden wirklich ja okay es bammt meine Nullrunde zerstört aber gut es kommt ja noch ein Film und damit sollen wir wieder im Vorfeld raten das stimmt kommen wir zu dem oder war es das mit den Yes Man ja das war es mit den Yes Man kommen wir zu unserem äh letzten Film und ein Auftragsfilm für den Dennis für den Dennis für den Dennis der Typ der ziemlich einschläfernde Podcaster für die Bewegtmann aber auch produziert oh je jetzt hab ich wieder was gesagt du hast ja zuerst mit dem Nest hast du gestochen das darf ich mir jetzt die nächsten Monate anhören ich seh's schon juhu ja so what the fuck hängt hier irgendwas nee so ähm ja du musst anfangen mit Raten ich hab vorhin angefangen ich sag eine 7 mhm ich sag 5 mhm war ganz vorsichtig das war völlig los hat man gar nicht gemerkt ja weil ich war 5 ja das ist das was ich mir aufgeschrieben hab aber jetzt mit mit deine 7 lies dich mal wieder nicht abstellen das ist was mit einem macht und ähm ich dachte schon 5 geht klar war halt irgendwie so ein Tipp weil ich keine Ahnung hab wirklich überhaupt nicht einschätzen wie du das findest und ich schieße voraus diesmal hab ich mich tatsächlich distanziert von dem wie ich den Film fand oder was ich zu dem Film gesagt sondern hab gesagt du musst dich auch mal davon trennen sondern musst jetzt mal gucken wo es Liegeland ist Mensch ja um welchen Film geht's denn überhaupt tut ihn wie eine ganze Nacht oder a whole night oder all night long er hat viele Namen der Jay-Z unter den Filmen all night long genau der naja willst du noch ein bisschen singen Lionel Richie was soll ich sagen ja man ja 1982 rausgekommen und äh ich bin sehr auf die Inhaltsangabe gespannt von dir ja von der Belgierin Chantal Ackermann mhm die den auch geschrieben hat wobei ja Dialog ist jetzt hier nicht so wirklich das Thema die hat 96 A Couch in New York gemacht den man kennen könnte und mit ihren 51 Credits dann doch schon den ein oder anderen Film der von der Kritik zumindest sehr gefeiert wird und eins muss man ihr lassen sie scheint ein Herz für experimentelles Kino zu haben mhm weil das ist schon ein Film der jetzt nicht mit einem klassischen Narrativ daherkommt mhm weil sie in Brüssel in einer heißen Sommernacht und der Film fängt an da ist es schon dunkel oder gerade dunkel geworden und so sehen wir wie uns der Titel verrät eigentlich die ganze Nacht jetzt der ja Film der Film endet an also mit Morgendämmerung vom nächsten Tag und während der Nacht sehen wir dann ein Sammelsurium an Momenten und kurzen Szenen manche Figuren sind nur für eine Szene zu sehen andere tauchen wieder auf mir war auch nicht immer hundertprozentig klar habe ich die jetzt schon mal gesehen oder nicht also es verschwimmt so ein bisschen und es sind immer ähm Auseinandersetzungen oder Situationen wo sich mehr oder weniger kurze Geschichten draus ergeben und es sind alles Menschen die aufgrund der Hitze nicht schlafen können oder eh irgendwie draußen rumhängen und in den Straßen oder in Bars sind und deswegen sehen wir Paare die sich da wieder begegnen oder spontan tanzen oder welche trennen sich gerade und andere gehen ins Hotel und dann ein Frau kommt dann nach Hause zurück und also alles so mehr oder weniger spektakuläre Dinge ein Mann sehen wir nur nachts an seinem Schreibtisch sitzen und arbeiten ein anderer sitzt da ganz einsam vorm offenen Fenster und lauscht irgendwelchen Geräuschen also Alter Falter und ich finde es so lustig dass ausgerechnet dieser Film von Dennis kommt weil ich habe mich so gelangweilt Alter ich fand es so unfassbar langweilig ich dachte wirklich so Mann das ist doch nicht euer Ernst was gucke ich mir denn hier an what the freaking fuck wo ist die Handlung wo sind die Dialoge was soll der Scheiß Alter ich gucke mir anderthalb Stunden Reels an von mir fremden Leuten die sich fast wortlos die ganze Zeit nur umarmen tanzend verlassen und teilweise auch schweiken nebeneinander sitzen irgendwie auch ich denke so Alter das ist ein Segment wo so ein Typ wie du sagst er arbeitet am Schreibtisch dann steht er auf und geht irgendwo hinten in den Raum das war es das war es ich so Alter was und der Scheiß ist die erste Viertelstunde war ich ja natürlich wieder ganz ehrgeizig unterwegs und wollte so okay ich krieg den Zusammenhang schau doch raus ihr Wichser Mann also die einzige Rechtfertigung die es jetzt für Dennis gibt uns diesen Film aufgetragen zu haben ist aus meiner Perspektive dass er ihn noch nicht gesehen hat er hat ihn glaube ich nicht gesehen weil er hat ihn tatsächlich nicht gelockt hab ich gesehen also tatsächlich ist das einer von denen aber Digga die anderen Punkte und wenn du mal bei Letterboxd anguckst wie der ankommt denke ich so Alter was hab ich denn nicht verstanden prätentiöser Scheiß aber da dachte ich wiederum okay Lee ist einer von den prätentiösen Lee ist so ein prätentiöser Kacker der wird mir wieder erzählen ja Digga das ist ein Film der hat keine Handlung aber wenn du den fühlst entweder du fühlst ihn oder du fühlst ihn nicht und ich dachte so okay du bist hier wahrscheinlich wieder bei einer 7 das wollte ich dem Film auch einräumen dass man das unter Umständen halt einfach fühlt weil das sagt der Film ist auch hier der Film ist einfach ein Vibe so Sommernacht ja gut aber ich hab's mal so gar nicht gefühlt im Gegenteil Alter ich hab also ich musste den schon splitten weil ich wirklich also in einer Dreiviertelstunde war ich kurz vorm Amoklauf und dann hab ich mir die zweite Hälfte nochmal gegeben die zweite Hälfte fand ich tatsächlich nochmal einen Ticken interessanter als die erste aber also es ist hier Pest oder Cholera das war beides nicht geil und ich hab mich hinterher halt auch gefragt was soll der Scheiß und das hilft auch nicht dass also ich klar ist der Film eine ganze Nacht aber es hilft auch nicht dass alles so im Halbdunkel spielt weißt du dass du teilweise in so einem halbdunklen Schlafzimmer bist wo einer irgendwie auf der Bettkante sitzt und alles ist irgendwie diesem Dunkel und auch wenig wirklich schöne Shots dabei oder so dass man halt irgendwie sagt okay deswegen alles nachts weil wir hier irgendwie so Fellini mäßig krasse Kanten haben mit den Schatten oder so und dadurch irgendwie was Spannendes entsteht wie ich mich gefreut habe als mal fünf Minuten am Ende so die Sonne aufgegangen ist und da so ein bisschen da so ein bisschen Tageslicht zu sehen da hab ich so hey ich hab mich total gefreut als plötzlich jemand gesprochen hat und es ansatzweise einen Dialog gab und dann war es das aber auch schon wieder okay das ist krass hätte ich nicht gedacht dass du da auf meiner Welle bist harter Scheiß harter Scheiß das ist richtig das was Anni sagt ja ich weiß nicht was er uns da mit einem brocken wollte dieser Dennis ja dreimal darfst du raten zu welcher Gattung du gehörst Dennis zu Hause jetzt ich weiß nicht ob er uns das wäre halt interessant ob er uns den beigetragen hätte wenn er den schon gesehen hätte weißt du ja deswegen meine ich weil ich weiß ja dass er jetzt von diesem von wegen diesem Strafding ist er ja weggekommen und bringt ja schon wirft ja schon Filme in den Ring die gut bewertet sind so wenn ich hier bei Letterboxd sehe dass der bei einer 3,9 steht dachte ich so alter was habe ich hier verpasst so weißt du aber das ich bin genau wie du ich denke so alter was ist das was soll das sein das ist doch kein Film nee also das war für mich halt auch wieder mal der ultimative Beleg Letterboxd ist halt schon Prädenziös auch so naja die also die nehmen sich halt sehr wichtig weil Digga was ja aber das sind also die Leute die den Film halt auch bewertet haben und den so hoch feiern das sind halt auch so also so Leute wie Markus jetzt hatten wir gerade so der würde sich nicht eine ganze Nacht angucken oder 5 Minuten vielleicht aber bestimmt würde er sich nicht den ganzen Film angucken dann lieber nochmal Wonderland genau also insofern sind das auch nicht die Leute die den Film runterziehen würden und bewerten wie haben die ihn jetzt als Auftragsfilm ansonsten wäre der wahrscheinlich auch an mir vorbeigegangen so weißt du also das sind das sind natürlich so die Leute die Kunst mögen und die weißt du die abends dann in die Vernissage gehen und jetzt klinge ich jetzt klinge ich wieder so als hätte ich irgendwas gegen Vernissagen oder gegen Weintrinker ist fein aber die Leute geben diesem Film dann 5 Sterne die sagen so ja genau eine Offenbarung also ich fand es ein bisschen schade weil einerseits habe ich mich gefreut dass wir hier experimentelles Kino sehen das muss grundsätzlich nicht schlecht sein eben weil das generell für mich immer erstmal gut ist so wenn jemand versucht halt was anders zu machen aber alter Falter also spätestens nach 20 Minuten habe ich mir so krass konventionell konventionelles Erzählen gewünscht erstmal Pixels wieder gucken ey wirklich also boah war hart ja danach also das ist wieder so ein Film danach ich war richtig froh dass ich danach Xaver und ein außerirdischer Freund gesehen habe ach das sind deren Folger hast du das gemacht ja ich habe erstmal eine ganze Nacht geguckt weil den habe ich auch im Hotelfernseher beziehungsweise in unserem Ferienhaus über dem Fernseher geguckt und auch so nach einem langen Pokertag weißt du dann abends um 1 Uhr den eingelegt ach so gleich okay und nach der Hälfte dachte ich okay Alter ich ich gehe schlafen und dann am nächsten Tag zu Ende geguckt und dann irgendwie Xaver geguckt den Tag siehst du das Einschlafprogramm das ist aber wortwörtlich Einschlafprogramm hier werde ich in der Badewanne ertrunken aus dem Badewanne definitiv Alter sind wir ja froh dass du nicht in der Badewanne geguckt ne das hat mir mein Leben gerettet dass ich zu der Zeit auf jeden Fall in Bayern war Mann Alter Dennis ey what the fuck ja da knüpft der punktemäßig an seiner alten an seiner alten Streetfighter Zeit an die platteste Action ist mir lieber als so sowas einschläferndes ja da weiß man halt so einen guten Popcornfilmer zu schätzen ne das war nichts Alter das war einfach nur Kunstscheiße aber wirklich also ich habe auch nichts gegen ruhige langsame Filme und auch nicht welche wo du irgendwas rechnet repetieren musst aber das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von random Situationen das ist totaler Scheiß oh Mann ey ich habe das Gefühl dass es jetzt fürs Punkte raten war das auf jeden Fall ne fiese Nummer ja das wird nochmal alles durcheinander wirfen ich hätte natürlich also für mich wäre es natürlich der klare Sieg gewesen wenn du dem Film hättest abgewinnen können ja klar jetzt könnte es knapp werden also weil ich habe mich schon gefreut als ich gehört habe dass du mir fünf Punkte ne wie viel hast du fünf dass du mich auf fünf geschätzt hast oh der hat er sich gut verhauen aber ich habe mich glaube ich noch mehr verhauen ja definitiv stark ja mehr haben wir nicht 90 Minuten IMDB 6,9 Letterboxd 3,9 Wider-Score gibt es nicht ja und diese 90 Minuten fühlen sich an wie fünf Stunden wirklich wenn ihr sehen wollt dann bereit durch Dauer vor also und auch schauspielerisch also hier hat keine Rolle hat hier einen Namen oder irgendwas es gibt tatsächlich zumindest mal zwei Leute die man aus anderen Sachen kennt weil die hatten wir neulich erst in Paris, Texas und ich kenne die auch aus The Bigger Splash und so ach die die Mutter gespielt hat ne die ganz am Anfang von dem Kleinen ne ne die blonde ganz am Anfang die blonde ganz am Anfang von Paris, Texas nein tschuldige ja genau die die Mutter gespielt hat also die französische Frau von ja genau das nein aber die ist hier im Film ganz am Anfang die Dame im roten Kleid ah ok krass und der zweite Name ist wahrscheinlich der den ich erwähnt hätte nämlich Jake Icaro ja klar spielt öfter mal den Antagonisten bei Bad Boys bei Nikita und Co also markante Fresse hat man schon mal gesehen auch international beide sehr viel gearbeitet sie 137 Credits er 138 also ja könnte man kennen aber eben also hier tauchen die halt in anderthalb Szenen auf und das war's ist vorbei ja 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 ist wieder mal einer dieser Filme wo ich nicht so richtig nachvollziehen kann dass die auf diesen ganzen Listen sind da bin ich bei dir und ja Kunst lieber in anderer Form für mich das stimmt aber ja Kunst kann man ja auch streiten aber hier sind wir zumindest einer Meinung auf den Müllhaufen Punkte hast du genannt ne ja nur unsere noch nicht ok ich bin bei einem halben Punkt du bist bei einem halben ja da lacht er ich lege nochmal das Doppelte drauf und gebe einen Punkt wow ok ein Punkt von Lee 0,5 Punkte von Lee und ein Punkt von mir das ist das ist eine starke Quote für den Auftragsfilm geil ey ja gut das war hier ja aber hallo ja dann mal kurz rechnen das ist ein schöner Einstand hier I don't appreciate this kind of talk Dennis Mensch Dennis ja du bist ja wie ist denn das erste Punkte raten ausgegangen du hast minus neun alter was bei neun bin ich gelandet und ich bei fünf du bei der fünf ja neun zu fünf ja wenn ihr dieses erste Punkte raten auf jeden Fall richtig trifft ey ohne Witz also dicke Props ich finde wir sollten da einen zusätzlichen Preis geben wenn jemand das richtig redet ja da sollte da sollte man wirklich nochmal 100 Euro drauflegen oder so das ist übertreib halt aber ne das halte ich schon für echt schwierig also neun zu fünf ist auf jeden Fall neun zu fünf und dann noch die Laufzeit richtig raten das wäre die perfekte Runde da bin ich mal gespannt wer das schafft und vor allem wer mitmacht weil ja werden wir dann sehen naja stimmt müssen wir auch erstmal wieder sich die Leute dran gewöhnen ja dass das jetzt wieder stattfindet ja jetzt muss ich auch muss ich mal wieder hier die Laufzeit aufschreiben was ich ja auch ne ganze Weile nicht getan habe weil das ja völlig uninteressant für mich war ja stimmt aber jetzt ist es das Punkt derart natürlich wieder relevant wie lang die folgen werden weil das dürft ihr natürlich auch raten guckt euch das Vorschaubild an auch nach der Projekte und wie viel man darüber diskutiert und wie viel da drauf ist man erkennt uns ja mittlerweile ein bisschen müsst ihr das schätzen ja viel Spaß viel Spaß dabei sehr gespannt neun zu fünf Alter ja dann ja und ey vier von diesen fünf von mir nur in der letzten Runde jetzt beim letzten Film das stimmt ja aber gut war bei dir erst noch mit zwei Nullrunden angefangen ja und in der nächsten Episode ja mal gucken vielleicht habe ich da eine Chance weil da arbeitet hier ein Avatar für dich und immer wenn wir unsere Freitagsepisoden haben wo Lee und ich dann mit jemand anders da sind dann springt der andere natürlich dann punktemäßig ein für denjenigen der gerade nicht da ist ja könnte auch nochmal so ein bisschen die Dynamik verschieben total bin ich auch gespannt wie das dann bei den Leuten die dann wirklich mitraten sollten ja wie das aussieht ob die das gut mit einkalkulieren können und so richtig wird von mir natürlich ihr werdet darüber natürlich informiert im Punkt der Rat da steht dann dass dass nicht ich da bin sondern Dennis oder dass Dave da ist und mit Lee die Episode macht oder was auch immer das kriegt ihr natürlich mit das ist jetzt keiner keiner ins Blaue Rat ja all right sehr schön dann haben wir noch was administratives oder was nö wir haben jetzt auf den Freitag hingewiesen ansonsten hört die Bewege mit Bastarde die Lose haben wir gezogen Lose haben wir gezogen und ansonsten fällt mir auch nichts weiter ein und dann gut dann gibt es nächstes Mal Dennis und Gess richtig nächste Woche dann wieder uns und für Supportende sowieso immer am Sonntag ja für Supportende uns hört ihr in der in dieser Zweikonstellation in der original Bewegtbild-Bannausen-Besetzung schon am Sonntag richtig da freuen wir uns auch drauf ja ja das wird gut ja in diesem Sinne sind wir durch für heute und sagen ciao tschüss Bewegtbild-Bannausen nach zur bis und das